Willkommen zurück zu einem Stream-Upload der Extra-Klasse, in diesem Fall mit einem speziellen Gast. Georg Wurt vom Deutschen Hamtverband. Wir sprechen über das Thema, wie könnte sich der Eigenanbau in den nächsten Jahren hier bei uns in Deutschland gestalten und entwickeln. Zwei sehr interessante Stunden. Ich gebe es zu, ich hatte extremes Lampenfieber und habe ein, zweimal Georg unterbrochen. Georg, es tut mir leid, hier entschuldige ich mich nochmal. Ich war einfach zu nervös. Ich gucke dich selber schon seit über zehn Jahren auf YouTube und ich war von der ersten bis zur letzten Minute halt ein bisschen nervous. Ja, dennoch vielen Dank für diese geile Möglichkeit, mit dir dieses Thema zu besprechen. Dankeschön auch an das DHV-Team und während ihr diesen Stream schaut oder dieses Video schaut und findet, dass der DHV gute Arbeit macht, habt ihr die Möglichkeit, den DHV zu unterstützen. Gerade läuft die Weihnachtsspendenaktion. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wollt ihr weiterhin noch mehr unterstützen, findet ihr auch den Link, um Fördermitglied beim DHV zu werden. Und wenn ihr dann immer noch nicht fertig seid und Cannabis ganz nach vorne in Deutschland bringen wollt, findet ihr auch meinen Tippie-Stream-Link und könnt mich auch supporten. Bedanke ich mich auch an dieser Stelle. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei zwei interessanten Stunden im Gespräch mit Georg. In diesem Sinne, euer Vince. Jetzt geht's los. Willkommen zu einem ganz speziellen Terps Day auf dem Freitag. Und ja, ich habe es schon angekündigt, heute ist bei mir auch ein bisschen Lampenfieber, weil ich weiß, dass ganz viele sich auch um das Thema wirklich bei mir in den letzten Wochen die Finger wund geschrieben haben. Und heute haben wir eine wundervolle Gelegenheit, das Thema mal ganz in Ruhe gemeinsam mit Georg Wurth vom Deutschen Hamtverband zu besprechen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es so, ich habe den DHV-Kanal wirklich schon als Grower gesuchtet. Kommt ziemlich, ne, fünf Jahre growe ich länger, als es den DHV-Kanal gibt. Und somit hatte ich Georg schon gerade so ein paar Anekdoten aus meiner Vergangenheit erzählt, die will ich euch auch nochmal ganz kurz erzählen. Vielleicht erinnern sich einige von euch. Georg hat mal zu einer wirklich wichtigen Phase uns alle aufgerufen gehabt, zu den Stammtischen der Parteien vor den Wahlen zu gehen und denen doch einfach mal zu sagen, wie wir denken und was so unsere Anliegen als Wähler sind und wofür wir ihnen auch unsere Stimme geben wollen. Und da will ich eine kleine Anekdote erzählen. Es war so, dass ich gerechnet hätte, dass wenn ich beim Stammtisch der Grünen bin, ich auf am meisten Verständnis stoße und beim Stammtisch der CDU am wenigsten. Ich kann euch aber sagen, die Grünen damals im Wilhelmshaven hatten gar keine Lust dazu und die CDU hat es sich wenigstens angehört, aber hat gesagt, das wird mit uns nicht gehen. Also, vielleicht können sich einige an diese Zeit erinnern. Es ist lange, lange her und heute haben wir eine andere Zeit und heute besprechen wir mit Georg das Thema Eigenanbau. Ich kann es immer noch nicht glauben, wenn ich es selber sage. Leute, könnt ihr es euch selber mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Sprecht es doch mal aus. Wir sprechen über einen eventuellen Eigenbau, der uns in den nächsten Jahren vielleicht erwarten kann. In diesem Sinne, herzlich willkommen Georg. Georg. Hi. Schön, dass du da bist, Georg und dir die Zeit genommen hast, mit uns heute im Stream schönen Abend miteinander zu verbringen und ein wichtiges Thema zu besprechen. Ja, sicher. Gerne. Ich freue mich auch. Ja, Georg. Ich habe im Vorfeld ein bisschen mir Gedanken gemacht und wollte den Leuten mal was mitgeben und da wirst du mir hochwahrscheinlich noch einiges mehr zu sagen können, nämlich der DHV ist jetzt seit wie vielen Jahren? Seit elf Jahren gibt es den DHV? Nee, 2002 ist der DHV gegründet worden, also nächstes Jahr 20 Jahre. 20 Jahre, Leute. 20 Jahre macht Georg diese Arbeit und ich habe mir eine Frage gleich vorab gestellt. Bei Georg macht diese Arbeit für viele von uns. Und wann hast du deinen letzten Joint geraucht? Ich glaube, das ist eine Frage, die müssen wir mal ganz vorab beantworten. Oh, das liegt irgendwie in der Vergangenheit, ja. Genauer will ich das jetzt gar nicht unbedingt erzählen. Ich rate eigentlich allen Menschen da draußen irgendwie, äußert euch nicht öffentlich zu eurem Konsum. Das kann alle möglichen Probleme mit sich führen und insofern gehe ich da mit gutem Beispiel voran. Okay, ich dachte jetzt kommt wirklich, weil ich hatte immer das Gefühl wirklich, dass du für uns einstehst und man hat dich nie mit dem Konsum 0,0 in Verbindung gebracht. Und für mich hatte ich schon immer das Gefühl, dass du wirklich der Überzeugungstäter überhaupt bist, weil Konsum für dich ja eigentlich oder für uns nie eine Rolle gespielt hat, so nach außen hin. Ja, ich bin auf jeden Fall voll der Überzeugungstäter, ja, so viel ist sicher. Alles andere überlasse ich allen möglichen Spekulationen, aber ja, wie gesagt, vielleicht mein Membran oder so. Beste Antwort sagen die Leute. Also die Leute sagen, war die beste Antwort, deswegen würde ich sagen, eine Sache. Der DHV hat sich ja vor genau zwei Jahren, im Dezember 2019, aufgespalten. Vorher war der DHV immer so ein, ja, für die Unternehmer, sowie auch für die ganz normalen Bürger, die Cannabis-Liebhaber. Und was ist denn vor zwei Jahren passiert? Wie habt ihr euch damals aufgespalten? Ja, also ich fange mal ganz vorne an sozusagen, dieses 2002 Jahr bei der Gründung, da waren wir ein reiner Branchenverband. Keine privaten Mitglieder, keine privaten Legalisierungsbefürworter, sondern die Gründung war als Branchenverband gedacht. Damals auf der Handmesse Kastrop-Rauxel, das war so der Teich, in dem das Ganze angefangen hat. Und auf die Idee gekommen sind Kollegen vom Hanf-Journal. Da hatte ich gar nichts mit zu tun. Drei Gründer vom Hanf-Journal oder zwei Gründer plus noch einer, drei, dann haben gesagt, ja, wir machen das jetzt einfach mal mit der Interessenvertretung für die Hanf-Branche. Gründen das Ganze als Abteilung unserer Firma. Deswegen auch dieses Firmenkonzept, auch nicht meine Erfindung. Und die haben dann jemanden gesucht, der das dann macht. Und da haben die mich gefunden. Und ich habe gesagt, klar, bin ich dann jetzt der Handverband. Und in dem Moment war ich dann halt der erste deutsche hauptberufliche Cannabis-Lobbyist, Legalisierungs-Lobbyist, was eine lustige Berufsbezeichnung war, immer mal wieder gerne benutzt. Aber ich habe schon fünf Jahre vorher sehr intensiv Drogenpolitik gemacht. Innerhalb der Grünen erst mal. Unter anderem, ja, in der Landesarbeitsgemeinschaft Drogenpolitik, Fachfirmen Grüne Jugend, dann Altgrünes Netzwerk. Und da habe ich aber immer schon gedacht, wir brauchen was überparteiliches. Weil alleine mit den Grünen, wenn wir das nicht schaffen, wir müssen auch andere Parteien überzeugen. Damals waren die Grünen die einzige Partei. Na ja, und dann kamen die Kollegen an und sagten so, wie sieht das denn hier aus? Willst du nicht mal einen Verband machen? Dann habe ich das gemacht. Und war aber ein reiner Branchenverband, um auf die Frage zurückzukommen. 2006 haben wir die ersten privaten Mitglieder dazugenommen. Ich glaube, Ende 2006 hat man 28 private Fördermitglieder. Und seitdem verstehen wir uns als beides Interessenvertretungen für die Hanfbranche, oder verstanden, Hanfbranche und private Legalisierungsbefürworter. Nicht unbedingt Konsumenten. Wir haben auch die Oma dabei von Konsumenten, die aber nicht einsieht, dass ihr Enkel verfolgt wird. Und Richter und Polizisten, die keine Lust mehr haben, haben, um Leute zu jagen und so. Ja, also es geht um Legalisierungsbefürwortung und politische Vertretung. Aber natürlich haben wir auch Interessen von Konsumenten im Auge, logischerweise. Und dann wurde aber diese Branche immer größer. Und die Firmen immer größer. Besonders nach dem Legalisgesetz für Medizin 2017. Da kam dann große Kapital über den Teich geschwappt und so. Und für die war so eine Struktur wie der Handverband nicht so wahnsinnig attraktiv. Die wollten ja da zur Anfangszeit auch noch sehr sauber sein. Von wegen recreational, um so, Droge, wo wir nichts mehr zu tun haben, geht ja nur um Medizin. Und wir da gleichzeitig Demos organisiert und so, das hat nicht so richtig gepasst. Und wir haben auch im Prinzip nicht jetzt die Art Leistung bis dahin wirklich erbracht, die wir jetzt so haben und brauchen und so weiter. Weil die ganzen alten Firmen, die waren auch alle voll für Legalisierung. Ich dachte erst so die ersten Jahre, ich muss jetzt da irgendwelche Betriebsführungsseminare anbieten, Gründungsberatung oder und so. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Ja, mach mal deine Legalisierung, das passt schon so. Ja, wunderbar. Und dann haben wir aber irgendwann gesehen, okay, das hat jetzt weit getragen, das ganze Konzept. Auch ohne die Firma am Anfang, wir haben auch so schnell, nicht so schnell vorwärtsgekommen. Von Anfang an eben auch mit bezahlten Leuten und professionell. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen das jetzt mal outsourcen. Wir machen zwei Verbände da draußen, haben wir ein klares Profil auf beiden Seiten. Und dann hat der Jürgen Neumeyer, der dann vorher übrigens auch bei uns schon im Handverband der politische Koordinator war, ja, Lobbyisten-Seite bei uns im Büro, der hat das übernommen als Geschäftsführer und jetzt ein e.V. gegründet. Und das hat die Hanfbranche, einen eigenen Vertretungsladen sozusagen. Und wir beim Handverband konzentrieren uns drauf, ja, eben auf die Privaten. Ja, People's Movement, Bürgerrechtsbewegung. Und das passt mir gut in Kram. Ich habe ganz bewusst auch eben diese Seite gewählt und nicht die Firmenseite, weil von Anfang an das für mich ein gesellschaftliches Thema war. Und am Ende mir das auch eigentlich egal ist, wer da jetzt das Geld verdient, und Hauptsache nicht die Kriminellen, sondern irgendwie die, die die Steuern bezahlen und die sich anregeln halt. Danke, Georg, wirklich, dass du, ja, weiterhin so ein Überzeugungstäter bist. Also, und, dass du uns erhalten bleibst. Wirklich, von allen Danke an dieser Stelle. Also, die Leute sagen auch im Chat die ganze Zeit Danke für deine Arbeit. Und das ist schön zu wissen, Leute, weil man hat so, ich habe ja so ein Video zusammengeschnitten, um das anzukündigen. Du hast super viel zu tun. Ich auch. Ich hatte das halt mit euch im DHV besprochen. Komm, wir machen irgendwie ein bisschen Content. Und dann habe ich mir die Videos aus der letzten Zeit angeguckt. Man hat dir richtig selber auch angemerkt, so, krass, wir sprechen jetzt über was ganz anderes. So, die Arbeit ist plötzlich eine andere. Also, es ist, hat, also man merkt dir das auch an. Wie geht es dir damit gerade? Also, hast du es schon wirklich realisiert? Oder musst du immer noch, ich lache immer noch, so, wenn ich alleine bin und denke mir so, kneif mich? Ja, ich weiß nicht so recht. Ja, klar, habe ich schon realisiert. Aber es kommt auch nicht jetzt auf so einen Punkt irgendwie. Also, erst mal, dieser Beschluss hat sich ja schon sehr lange angeschlichen. Ich bin schon zwei Monate vorher die ganze Zeit gefragt worden, so, was passiert denn jetzt da? Kommt jetzt die Legalisierung oder nicht? Das fing schon an mit den sich ändernden Wahlumfragen. Am Anfang des Jahres, es hat ja auch alle noch gesagt, klar, das macht die CDU weiter. Irgendein Merkel-Nachfolger, eigentlich egal wer, die haben das gebucht, fertig, aus. Und dann haben sich die, ja, erdrutschartig die Umfragen verändert. Und es zeichnete sich dann irgendwann ab, da das für was anderes als eine CDU-Beteiligung reicht. Und dann war auch klar, da werden Legalisierungsparteien da am Tisch sitzen. Und die SPD ist ja nur ganz kurz davor stehen geblieben in ihrer Programmatik, mit ihren Modellprojekten und Entkriminalisierung. Und dann bei der Konstellation, Grün und FDP voll für Legalisierung, SPD nur ein kleines Schrittchen, ja. Wenn man das nur aus deutscher Seite sieht, war das eigentlich schon ein No-Brainer. Und war klar, da muss was jetzt passieren. Nur von globaler Ebene aus gesehen, ja. Es gibt erst zwei Nationalstaaten auf der Welt, die das haben, Uruguay und Kanada. Und ein altbackenes Deutschland, ja, was man so tankermäßig für kaum beweglich hält und so, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass das jetzt der drittmodernste drogenpolitische Staat der Welt sein soll, jedenfalls was Cannabis angeht. Ja, von daher bin ich auch verblüfft immer noch. Ja, genau, so geht es mir auch. Also dieses Verblüffte, das rührt auch daher, dass wir jeder, aus welchem Semester er auch kommt, unterschiedlich viele Jahre schon sich mit der Kriminalisierung von Cannabis als Konsument halt konfrontiert gesehen hat. Und immer diese Anläufe und mal war eine gute Stimmung und dann war wieder eine schlechtere Stimmung. Und ich glaube, deswegen ist es immer noch so, okay, ja, wir sind endlich in dem Moment eines sachlichen und evidenzbasierten Diskurs eingetreten. Das ist für mich tatsächlich, als der Leak kam, bin ich schon komplett ausgeflippt. Und dann, als es bestätigt wurde, habe ich gesagt, ja, endlich können wir vernünftig reden in der Politik. Das war ja vor vier Jahren übrigens auch schon so, bei der Koalitionsverhandlung bei Jamaika. Ja, da war auch bis zum Schluss irgendwie, bis der Lindner dann gesagt hat, nee, wir steigen aus als FDP, Cannabis-Legalisierung in eckigen Klammern als schrittiges Thema und lag da noch auf dem Tisch. Auch da hätte schon, vielleicht nicht Legalisierung, aber doch was Wesentliches passieren können. Also damit hat sich über die ganzen 25 Jahre, die ich das jetzt betreibe, wirklich ganz nach und nach angestechen, das Ganze. Und ich musste mir die ganze Zeit anhören irgendwie in den Kommentaren, ja, passiert doch gar nichts, geht überhaupt nichts vorwärts, das gibt es in den Handverband schon ewig, ist immer noch nicht legalisiert, dann passiert nichts. Und ich habe die ganzen Regler gesehen, die sich so langsam verschieben, eine Partei nach der anderen, die sich dafür ausspricht und die Mehrheitsverhältnisse, die Umfragen, die sich verändert haben, von 30 Prozent Richtung 40, Richtung 50 und jetzt genau während der Koalitionsverhandlungen zum ersten Mal eine relative Mehrheit. Also das war schon faszinierend, wie so ein unendlich lange, epische Geschichte, Strategiespiel, forever sozusagen, aber eben nicht forever, aber über Jahrzehnte, wo man dann langsam sieht, wie das vorwärts geht. Naja, und jetzt haben wir fast geschafft. Ja, also es ist ja so, dass zwar man schon so mal das Gefühl hatte, aber es gab einen Moment, da will ich mal persönlich nochmal drauf eingehen und Danke sagen, also die Geschichte mit der halben Million, so, das war tatsächlich, da hast du, steuerrechtlich hast du wie viel für den DHV am Ende übergehabt? Wie habt ihr das hingekriegt? Naja, also, weißt du, das alle wissen, vielleicht ganz kurz, da habe ich so einen Versuch von ProSiebenSat.1, Internet und Fernsehen so ein bisschen zusammenzubringen und das sollte gewählt werden, ein Millionär, der völlig frei den Leuten erzählen sollte, warum jetzt die Person da geeignet ist, die Millionen zu kriegen und was man damit vorhat. Und dann wurde ein Internetforum gemacht, wo die ganzen Bewerber reinkamen, man musste von Anfang an einen Wahlkampf machen und seine Fans da mitbringen und so, um dann überhaupt in die Show zu kommen. 49 Leute aus 26.000 wurden ausgewählt und dann in einer Serie von Shows irgendwie ausgesiebt. Sieben Shows, jeweils ein Gewinner und dann Finale. Und ich habe gesagt, ich will das Geld, um Cannabis zu legalisieren, pack das alles in Hand verwandt und überhaupt in die Legalisierung und habe das gewonnen. Ja, wie du gesagt hast, irgendwie, Leute, Leute, die ihre SIM-Karten lehrten. Wollte ich gerade erzählen. Ich habe da, das hat, glaube ich, 50 Cent. Ich glaube, der Anruf war 50 oder die SMS war 50 Cent. Ich habe in meinem Leben nie für irgendeine Hotline Geld ausgegeben. Aber da habe ich so gerechnet. Okay, 20 Euro gehen da auf jeden Fall rein. Man hat richtig mitgefiebert. Und Georg hat halt wirklich es geschafft, eine halbe Million sozusagen. Eine ganze Million. Eine ganze, aber es war eine Steuer. Die Steuer hat so zugeschaltet. Ja, genau, das wollte ich ja wissen. Ich habe da eine Million überwiesen gekriegt. Also vorher hatte ich da 1.000 Euro im Girokonto, 1.100 irgendwas. Und dann auf einmal 1.000.000.000.000. Irgendwie 1.100 sowieso. Also ganz witzig. Und das war tatsächlich mein privates Geld. Erstmal rein juristisch-rechtlich gesehen. Ich habe zwar irgendwas versprochen da im Fernsehen. Hättest dich auch vorhanden können. Da waren auch welche bei dir, die haben gesagt, ich mache einfach eine Riesenparty oder so. Und jede Menge Leute haben gesagt, mit der Million baue ich ein Stadion oder sowas. Total höch. Naja, und ich habe das halt tatsächlich komplett in den Handverband gesteckt. Erstmal habe ich keinen Pfennig davon behalten, wie versprochen. Absolut. Und musste das einkommenssteuermäßig versteuern. Umsatzsteuer nicht. Das hatte man mit der Frage zu tun, ob das jetzt eine Gegenleistung war oder nicht. Und was ich dafür gemacht habe. Da war auch lange gefragt, ob das überhaupt versteuern muss. Aber da ging dann kein Weg dann vorbei. Aber da hat das Firmenkonzept halt wirklich einen Riesenvorteil gebracht, weil ich da dann eben entsprechende Betriebsausgaben hatte. Und die Ausgaben waren dann auch steuerrechtlich relevant. Ich habe also privates Geld im Prinzip, was mir rechtlich privat gehört hätte, eingelegt in mein Unternehmen und habe dann Betriebsausgaben produziert. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich 450.000 Euro Steuern bezahlt auf die Millionen, halt Spitzensteuersatz. Und so habe ich durch hohe Ausgaben im ersten Jahr für eine Kino-Spot-Kampagne Genau, darauf wollte ich gleich noch zu sprechen kommen. Und diverse andere, die Produktion und dann noch ein paar andere Geschichten, Ausgaben produziert, sodass ich am Ende 142.000 Euro, glaube ich, bezahlt habe an Einkommenssteuer und 850 paar Zerquetschte irgendwie dann in Handverband eingelegt und für die Kampagne ausgegeben habe. Und wir haben auch noch jahrelang davon gezehrt. Also das war 2014 deswegen eben auch das Jahr, wo wir die HV-News angefangen haben, wo ich zum ersten Mal mir leisten konnte, dafür eben Raum zu haben, wo eine Lampe steht und Kamera und halt auch jemand, der das dann schneidet, der dann sich um die Videos dann kümmert, dass ich nicht nur so rumsitze und vernünftige Ton und alles. Ich bin gerade gesprachlos. Du hast damit so viel gemacht. Und die Leute wirklich, wir sagen danke dafür. Wirklich, also im Jugendslang würde man jetzt sagen, Georg, Ehre. Und Georg, diese Werbespots in den Kinos, ich fand diesen Move so gut. Und man hat ja tatsächlich richtig gemerkt damals, dass die danach folgenden Umfragen, die ihr ja immer wieder in Auftrag gegeben habt, auch nochmal wirklich einen Boost hatten. Danach ging es nochmal kurz runter und dann sind wir ins Heute gekommen. Ja, Leute, also das waren so ein paar Sachen, die wollte ich auf jeden Fall mal vorwegnehmen, damit ihr so nochmal die Vergangenheit auch ein bisschen mitgenommen wurdet. Ganz kurz vielleicht nochmal dazu, wir haben ja drei Spots gemacht zu drei Themen. Medizin, Entkriminalisierung und Legalisierung jeweils als Thema. Und dann war ja auch irgendwie schön zu sehen, irgendwann hat der Medizinspot quasi seine Mission erreicht. Grundsätzlich jedenfalls auch bei vielen Problemen, die es immer noch gibt, aber grundsätzlich Durchbruch, Cannabis als Medizin wird legal in Deutschland 2017, drei Jahre später, ja, kommt mal einen Haken hinter den Spot machen quasi, genau hinter die Mission, abgesehen von den Details natürlich, die noch zu bearbeiten sind. Und jetzt, eigentlich dachte ich, okay, wahrscheinlich wird jetzt halt erstmal Entkriminalisierung kommen, da der Haken hinter und dann ist das Pflichte dran und das Letzte passiert noch. Und jetzt kommt das beides gleichzeitig, wie es aussieht. Das ist natürlich auch schick, ja, wenn es schneller geht, irgendwie hat es so lange jetzt schon gedauert bis hierhin. Und wenn wir jetzt was schneller fertig werden als gedacht, dann ist mir dann nur recht. Ja, also die Arbeit beginnt jetzt im Endeffekt nochmal richtig und anders. Also jetzt geht es darum, ums Mitgestalten. Wie sieht es aus? Wie wird, also wir werden jetzt, wir fangen, wir gehen jetzt mal langsam in die heutige Zeit rüber. Wann, glaubst du, kriegen wir die nächsten Informationsschnipsel? Wie lange, glaubst du, werden wir, das ist so jetzt mal wirklich ganz einfach gefragt, weil die Zuschauer, es sind 800 Leute am Zuschauen. Ich glaube, das ist eine Frage, die stellen sich hier, glaube ich, ganz viele. Kannst du dazu was vielleicht schon sagen, gefühlt? Naja, so ganz kleine Geschichten passieren ja ständig, im Moment eher personelle. Also die Ernährung von Lauterbach als Gesundheitsminister, als auf der Ebene wichtigste Person im Kabinett, auch wenn etliche andere Minister auch damit zu tun haben werden, Justiz, Innen, Landwirtschaft vielleicht sogar auch. Also die werden alle mal drauf gucken und ihren Senf dazu abgeben. Lauterbach ist derjenige, der das aber durchdrücken muss. Was auch wichtig ist, weil die ganzen CDU-Leute ja da noch sitzen im Ministerium, die das umsetzen sollen und das bis jetzt dann ausformulieren sollen, Juristen. Denen muss man wahrscheinlich ein bisschen nachhelfen so, dass sie das wirklich machen und dazu nicht ewig rumtrödeln damit. Und dann ist die nächste Frage, wer wird Drogenbeauftragte? Da bin ich auch gespannt, ja, ob die SPD, wie die SPD da zieht, oder ob sie es vielleicht sogar abgibt, einen Koalitionspartner, theoretisch auch möglich. Mal sehen. Und jetzt gerade diese Woche wurde ja drogenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag benannt. Und die anderen fehlen alle noch. Die sind alle noch nicht fertig mit ihrem Pösschen-Geschacher. Von daher ist auch klar, dies Jahr passiert nichts mehr. Unter anderem daran erkennt man, die müssen überhaupt jetzt erst mal sich da organisieren. Die ganzen Fraktionsvorstandsleute sind gerade erst gewählt worden und Staatssekretäre gerade erst ernannt worden. Also das geht jetzt erst langsam los. Und dann ist die erste große Frage, machen wir zuerst Entkriminalisierung und dann Legalisierung in zwei Schritten. Weil Legalisierung, da gehe ich fest von außerhalb, wird noch dauern. Das kann eigentlich gar nicht in einem Jahr passieren. Das sieht man ja auch in den USA, Volksabstimmung für Legalisierung. Und dann wird diskutiert. Also gerade bei den Ersten. Mittlerweile können die ein bisschen voneinander abgucken und grob vergleichen. Wie machen die das? Wie machen die das? Was wollen wir machen? Dann wird das schneller. Aber die Ersten haben wirklich locker zwei Jahre gebraucht. Und wenn das Gesetz steht, dann wird ja überhaupt erst, geht das ja los, dass eine Behörde da sein muss, die dann eben Lizenzen auch vergibt und das dann auch machen muss, mit den Lizenzen, Antragsberge irgendwie durcharbeiten. Und dann kann angebaut werden und dann irgendwann wird verkauft. Entkriminalisierung könnte schneller gehen, weil das eben nicht so viel Diskussion ist, nicht so tausend Details zu klären sind, sondern nur ein, zwei Sätze im BTMG, wo man festlegen muss, wie viel Gramm sollen die Leute denn jetzt mit sich rumtragen dürfen und dann könnte man das theoretisch recht schnell machen. Aber sicher ist das nicht. Ja, das ist alles pure Spekulation. Auch mit Blick auf die USA, wo das üblicherweise so ist. Entkriminalisierung sofort, inklusive Eigenanbau übrigens meistens. Aber dann die Shops, das dauert dann eben. Und ich gehe davon aus, dass da... Genau, also dass jetzt da Prozesse in Gang kommen, wie eine Anhörung, gehe ich mal, von außer das geben wird. Vielleicht sogar eine Kommission, die sich darum kümmert, mit irgendwelchen Fachleuten, die da zusammengerufen werden. Wo ich hoffe natürlich, dass wir dann dabei sind, falls das passiert. Anhörung auf jeden Fall. Ja, würde mich wundern, wenn nicht. Uns auch. Ja. Und wir wollen auch selber ja eine Konferenz noch machen dazu, eben um diese ganzen Details mal zu besprechen. Was wäre denn der beste Weg an dieser oder jener Stelle bei dem und dem Thema? Die Cannabis-Normalkonferenz. Genau. Die haben wir jetzt eine Weile nicht gemacht. Das war auch übrigens eine Auswirkung der Millionen noch, 2017, 2018 dann. Boah, ihr habt das echt gut investiert. Also wirklich, Georg, da hast du wirklich, da bist du echt Unternehmer gewesen und hast das Geld so gut wie möglich für dein Unternehmen, den DHV eingesetzt. Also wirklich krass. Das wusste ich nicht, dass die Cannabis-Normalkonferenz auch noch mit dem Budget ging. Leute, das war wirklich eine tolle Veranstaltung in Berlin. Ich kam da auch hin und da wurde die Haukab-Studie vorgestellt. Das war, fand ich, ein kleines Erdbeben. Also wirklich, bei der letzten Cannabakur. Also tolles Event fand ich auch, super beseelte, motivierte Leute da rausgegangen mit Wissensvor, also Erweiterungen und ja, so Treffen sind viel wert. Aber letztendlich auch wegen Geld mussten wir das wieder sein lassen. Wir hätten das gerne weitergemacht, aber dann ist uns da doch finanziell die Puste ausgegangen, weil wir keinen Hauptsponsor auch gefunden haben, unter anderem. Und dann hat man, irgendwann hat man dann die Landung, 2018, 2019, wo dann wirklich die Reserven dann auch alle waren und wir dann wieder gucken mussten, wir haben mit einem normalen Budget auf halt eigenen, völlig eigenen Beinen standen, ohne irgendwie noch Reserven zu haben, die man reinbuttern kann. Aber mittlerweile hat man halt auch so viel mehr Mitglieder, dass das funktioniert hat. Leute, werdet Mitglied und die Spendenaktion läuft die ganze Zeit. Der Link müsste auch alle paar Minuten, also alle zehn Minuten im Chat kommen, Leute. Die Spendenaktion vom DHV läuft. Ja, genau. Danke dafür. Ein Fördermitglied werden ist auch super. Dann haben wir eben auch irgendwie einigermaßen berechenbare jährliche Budgets. Und dadurch war das auch möglich. Wir haben uns genauso auch die Abspaltung vom Firmenverband verdaut. Da waren schon ein paar, die dann auch weg waren, dann ein bisschen Umsatz verloren haben wir da. Aber gleichzeitig halt viel Private dazugekriegt und dadurch konnten wir uns halt auf viel höherem Niveau dann stabilisieren als vor der Millionärswahl. Und jetzt mittlerweile haben wir wieder neun Leute im Team, die hauptberuflich beim Handverband für die Legalisierung arbeiten. Was auch gut so ist, ja, jetzt gerade in dem Moment, wo wir wirklich auch mehr Lobbyarbeit jetzt ganz verstärkt machen müssen und diese ganze Detaildiskussion und da ist die Kanoko, so eine Konferenz, genau das Richtige mit dem Motto, was wir immer hatten, Wissenschaftler, Aktivisten, Politiker, die wir da zusammenbringen. Da kommen also tatsächlich auch Politiker. Wir hatten einige Bundestagsabgeordnete dabei, auch als Referenten auf der Kanoko. Das heißt, die diskutieren damit, die hören zu, nehmen das mit in den Gesetzgebungsprozess. Und das ist genau das, was wir brauchen im nächsten halben Jahr. Deswegen, ob man das unbedingt jetzt dieses Jahr mit den Weihnachtsspenden machen, wir finanzieren jedes Jahr mit den Spenden ein besonderes Projekt oder Thema und das wird jetzt eben die Begleitung dieses Prozesses sein. Ja, Leute, deswegen findet die Spendenaktion auch auf der Seite. Unter den letzten Videos findet ihr den Link von den DHV News und überall. Ich denke, da kommt ihr nicht dran vorbei, wenn ihr nur eine Sekunde mal nachsucht. Das ist natürlich auch deswegen wichtig, weil ja noch nicht klar ist, was mit dem Eigenanbau ist. Im Koalitionsvertrag steht nichts von Eigenanbau. Genau, da wollten wir jetzt drauf hinkommen. Das Thema des heutigen Abends, nämlich der Eigenanbau. Wir haben darüber hier schon sehr viel gemutmaßt. Das ist die richtige Bezeichnung. Hier in den Abenden, wenn ich mit dem Chat zusammen darüber spreche, wir haben einfach so die Informationen, die uns zur Verfügung standen. Wir haben mal nach Kanada rüber geschaut. Wir haben versucht, ein bisschen abzuleiten. Dort war es ja auch nicht gleich von Anfang an mit dabei, überall. Deswegen wollten wir heute wirklich mal deine Meinung hören. Du bist am Puls der Zeit. Du bist in Berlin. Du wirst gefragt von der Politik, manchmal auch zu den Anhörungen. Da geht nichts an dir, denke ich, vorbei. Wie denkst du, sieht die Politik, fangen wir mal kurz mit der Frage an. Wie glaubst du, sind die Politiker von ihrem Angstlevel gegenüber dem Eigenanbau? Mal so diese einfache Frage. Glaubst du, die haben da dolle Angst vor? Angst glaube ich nicht. Also Angst in dem Sinne, dass du da wirklich denken, das ist wirklich eine wahnsinns Bedrohung oder so. Nicht wirklich. Die meisten sind da viel zu wenig drin im Thema. Die allermeisten Politiker haben ja überhaupt keine Ahnung von Drogenpolitik. Und nehmen das irgendwie so mit. Nehmen das irgendwie so wahr aus Medien im Wesentlichen. Politiker sind auch noch Menschen. Deswegen waren die meisten Politiker auch eben vor 20, 30 Jahren gegen Legalisierung, weil die auch die ganze Zeit aus Medien den Quatsch mitbekriegt haben. Das war ja früher echt übel, was da an Propaganda lief. Heute sieht das schon wieder ganz anders aus. Aber jemand, der sich nicht speziell mit irgendeinem Thema befasst, als Politiker, bleibt eben genauso ein Mensch wie alle anderen auch. Ich habe halt Angst, dass der Eigenanbau mit so einen Argumenten vielleicht erstmal ausgeklammert wird wie, dann haben wir das nicht unter Kontrolle. Ja genau, davon gehe ich auch aus, dass genau das Argument ist. Die wollen natürlich mehr Kontrolle. Das ist ja auch ein gutes Argument für die Legalisierung. Eins von vielen guten Argumenten. Mehr Kontrolle durch den Staat. Einen völlig freien, unregulierten Schwarzmarkt, auf den der Staat null Einfluss hat, zu regulieren und zu sagen, okay, so und so muss das laufen. Das ist ja im Grunde gut. Und tatsächlich muss man ja sagen, Eigenanbau ist zumindest ein Aspekt, der das schwieriger macht. Das ist irgendwie klar. Das sieht irgendwie jeder ein. Insofern verstehe ich auch den ersten Impuls bei manchen, dass sie sagen, ja, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen alles schön sauber in irgendwelchen Läden haben. Und wir wollen dann bei der Produktionsstätte einen Chipcode am Samen haben, möglichst schon. Ja, voll verfolgen bis zum Kunden am Tresen, ne? Genau. DNA-Spur bis zum letzten Gramm ungefähr, ja. Ja, aber wie glaubst du, kann sich das entwickeln bei uns in Deutschland? Wirklich, das ist jetzt alles Mutmaßung, aber wie glaubst du, könnten wir vielleicht mal ein Zelt schon mal uns vorbestellen? Oder sollten wir das noch lassen? Also ich fürchte jedenfalls erstmal, dass das einen Grund hat, dass Eigenanbau nicht im Koalitionsvertrag steht. Und das ist auch ein Aspekt, der kann das verhindern, dass das kommt. Wir hatten ja eine ausführliche Wahlanalyse auch gemacht, findet ihr auch noch auf der DHV-Seite. Nur die Grünen von der Ampelkoalition, jetzt von den drei Parteien, waren für Eigenanbau. Die Linken auch, aber die sind ja nicht drin in der Ampelkoalition. FDP ist dagegen, genau aus diesen Argumenten. Ja, die wollen das alles schön irgendwie businessmäßig regulieren. Wirtschaft fördern ist ja deren Hauptargument. Das ist auch jetzt nicht unbedingt ein Punkt, wo Eigenanbau gut reingeht. Und die SPD war auch nicht dafür. Die wollten eigentlich gar nicht legalisieren oder entkriminalisieren und Eigenanbau war dann nicht vorgesehen. Das heißt 2 zu 1 gegen Eigenanbau in dieser Koalition. Und ich gehe davon aus, dass die Grünen das vorgebracht haben in den Koalitionsverhandlungen und sich nicht durchsetzen konnten. Jedenfalls muss das, was vielleicht schrittig ist, zwischen den Koalitionspartnern drinstehen im Koalitionsvertrag. Sonst passiert das im Zweifelsfall nicht, wenn einer von den dreien sagt, nö. Das haben wir ja auch bei der SPD gesehen vorher, bei der Großen Koalition. Die haben nie mit der Opposition gestimmt, auch nicht bei dem Thema Entkriminalisierung, wo die sich eigentlich einig waren und wo man richtig gemerkt hat, der Heidenblut zum Beispiel da im Gesundheitsausschuss, der gesundheitspolitische Sprecher der SPD, der hätte am liebsten mitgestimmt, der sah das genauso. Aber die durften halt nicht, wegen Koalitionszwang. Das macht aus koalitionstechnischen Maßstäben auch Sinn irgendwie. Sonst kann man nicht stabil zusammenarbeiten, man muss sich ja irgendwie einigen und dann eben zusammen durchziehen, eben was einem passt und was einem nicht passt. Das heißt aber eben auch, entweder müssen die sich jetzt zu dritt einigen danach auf Eigenanbau und die anderen müssen einsehen, dass das doch sinnvoll ist oder das kommt nicht. Und das ist genau der Punkt. Ja, wir müssen da noch Druck machen, insbesondere auf SPD und FDP und Überzeugungsarbeit leisten, damit die das letztendlich mitmachen. Und ansonsten reden wir darüber, bis bei den nächsten Wahlen in vier Jahren. Nee, Leute, das wollen wir nicht. Also, ihr habt Georg gerade gehört, also jetzt müssen wir uns nochmal wirklich wieder auf die Straße begeben und wieder Aktionen ausdenken und twittern, wie riecht Andreas Müller, ist wirklich in den letzten Monaten auch sehr hilfreich für die gesamte Bewegung. Das waren auch wirklich so krasse Social-Media-Hacks, was der abgeliefert hat. Das hat alles gut zusammengefasst. Also es war wirklich Zahnrädchen, die irgendwann nach langen Rattern halt jetzt wirklich diesen Moment ermöglicht haben. Aber das bedeutet ja, wenn ich dir jetzt gerade so zuhöre, dass wir erstmal gar nicht mit dem Eigenanbau, wir versuchen heute auch ein bisschen, nicht zu viel Emotion, dass wir erstmal gar nicht damit rechnen sollten. Und der schnellste Weg wäre eigentlich irgendwo, dass in der Endkriminalisierung das in Deutschland passiert, was es bisher nie gab, nämlich diese Grauzone, die es in anderen Ländern, wo es Cannabis-Social-Clubs gibt oder diese halblegale Situation wie in Spanien zu Hause, dass irgendwann, wenn sowas vielleicht eintritt, also Endkriminalisierung plus Grauzone und man merkt, okay, die Polizei geht hinter einer Growbox, die 1,20 Meter ist, mal 1,20 Meter ist nicht mehr hinterher. So wie jetzt im CBD-Bereich, das ist ja auch irgendwie eine riesige Grauzone, eigentlich nach offizieller Lesart immer noch vollkommen legal, der Verkauf von CBD-Blüten, auch der Besitz als Konsument übrigens, man muss immer noch im Strafverfahren auch dann rechnen, wenn man eine Hand für eine Tasche hat, der überhaupt nicht brauschfähig ist im Grunde. Klar, das ist denkbar, würde aber auch wieder zu massiven regionalen Unterschieden führen, nehme ich an, dann hat die Bayern immer noch irgendwie reingehen, wie die IRM so lange die CSU oder was zu sagen hat und in Berlin und manchen anderen Gegenden lassen die Geborger in Ruhe. Das wird darauf wieder rauslaufen, dass das so ein völlig unsicherer Flickenteppich wird und die Leute, die es halt machen, Risiko eingehen, vielleicht auch mutige Pioniere sind, wie die ersten Leute, die in Holland den Koffeeshops eröffnet haben oder auch die Leute, die CBD-Grass verkaufen, ich hoffe, dass den meisten von denen das Risiko bewusst ist und die sagen, ich mache das trotzdem für das Recht der Pflanze oder sowas und nicht aus Naivität. Ja, kann sein, dass das so kommt. Das kann auch tatsächlich sein, dass wir das schaffen, die noch zu überzeugen in der Zeit. Was müssen wir dafür tun? Da spricht ja die internationale Entwicklung wieder für uns, wo ich am Anfang gesagt habe, da sprach eigentlich dagegen, dass die das jetzt durchziehen in Deutschland, auf einmal da Nummer drei in der Welt. Aber da, wo legalisiert wird, ist meistens Eigenanbau mit dabei. Ich wollte auch auf sowas gleich zu sprechen kommen. Erzähl mal, was du denkst. Und es gibt auch Staaten, wo es keinen legalen Handel gibt, so wie wir das hier jetzt vorhaben, aber trotzdem der Eigenanbau geduldet wird. Und jetzt gerade, das passt ja auch super zur Sendung hier in Malta, ja, das hat jetzt ausgerechnet diese Woche dicht gemacht haben, da im Parlament, Titel, Thema der News, die eben online gegangen sind. Völlig legaler Eigenanbau. Das ist ja nochmal eine ganz neue Dimension. Die anderen dulden das eher irgendwie. Das ist immer noch ein Verstoß gegen Gesetze, aber die sagen ja unter bestimmten Bedingungen, wenn du es so und so machst und nicht mehr als so, dann lasst man dich irgendwie damit in Ruhe, die Holländer mit ihrer komischen Augen zu Politik da. 400er Wattlampe. In Malta ist das jetzt wirklich legal. Richtig legal. Also noch 7 Gramm zu besitzen, auch das erstmals in Europa, ist nicht nur irgendwie so ein Weggucken und nicht nur ein Einstellen von Verfahren, sondern das darf man da haben. Und die Polizeibeschlaglande, die macht dann einfach nichts. Ich habe das auch so, also ich persönlich habe das jetzt so verstanden, das ist auch eine Möglichkeit des Staates, eine Regulierung zu schaffen. Er sagt, passt auf, vier Pflanzen dürft ihr anbauen. Dem Staat ist klar, da kommen mehr als 7,5 Gramm raus, aber dann ist es so die Regelung, also ich denke, das ist so zu interpretieren, du darfst 7,5 Gramm mit dir führen, außerhalb deiner privaten Räume, weil es kommt ja in einer Legalisierung keiner mehr in deine privaten Räume. Also geh nur mit 7,5 Gramm raus, geh auf eine Party, dreh paar Joints, gib auch ein paar Runden aus, aber bitte, das ist so der Rahmen. Ja, das ist so einer der vielen tausend Punkte, auch die man selbst beim Thema Eigenanbau gibt, jetzt schon jede Menge Unterpunkte, die zu entscheiden wären dann, wenn man irgendwann sagt, wir wollen das machen und wo wir dann auch am Start sein wollen und sagen, okay, und das sind die besten Details, um das zu regeln. Auch deswegen ist so ein Gespräch hier auf jeden Fall wertvoll, auch für uns und für die Sache und dann eben auch auf der Kanoko. Wir werden sicherlich auch auf der Konferenz, die wir vorhaben, da im Juni, auch eine Session mindestens haben zum Thema Eigenanbau, wo wir das Ganze nochmal durchkauen mit Details, die wir heute Abend wahrscheinlich nochmal besprechen und da dann mitnehmen eben zur Politik. Der erste Punkt ist ja die Frage, nee, weil ich gehe nochmal zurück auf diese Mengendebatte, weil das ist ja der eine Punkt, der wo immer ein Widerspruch ist, man darf irgendwie nur eine relativ kleine Menge haben, das ist eigentlich immer so in der Diskussion, auch im grünen Cannabiskontrollgesetz, 30 Gramm, aber da geht es dann tatsächlich darum in der Öffentlichkeit. Und in Malta haben die tatsächlich auch festgelegt, von der Ernte darfst du 50 Gramm zu Hause haben. Das ist zwar für die meisten Zuschauer hier wahrscheinlich immer noch viel zu wenig, aber das ist ein Anfang. Vielleicht wird der Aufschrei hier durchkümmeln, irgendwie 50 Gramm sind die bescheuert, das ist viel zu wenig. Ja, aber immerhin, das ist ein Anfang, sie haben zumindest schon mal kapiert, dass man das nicht synchronisieren kann mit den bösen 7 Gramm, die man nur draußen dabei haben darf, weil kein Mensch nur 7 Gramm erntet, wenn er anbaut. 50 ist immerhin schon mal ein Fortschritt, aber was eben auch noch ein Lösungsding ist und was auch noch doll ist an Malta, die haben ja auch noch die Anbau-Clubs legalisiert. Bis zu 500 Mitglieder darfst du einen Verein haben, auch das in Europa zum ersten Mal vollkommen legal und nicht nur irgendwie geduldet und vor Gericht durchgesetzt und dann kommt doch wieder eine Razzia bla bla bla, sondern ja, das ist das nicht so. Und die verteilen ja die Ernte unter ihren Mitgliedern regelmäßig. Das heißt, das ist natürlich ein Lösungsweg dafür, wenn man sagt, ich brauche mehr als 50 Gramm im Jahr und ich will vielleicht auch nur einmal anbauen oder so bei mir zu Hause wegen Sonne und nicht Lampe, da kann ich aber zusätzlich in so einen Club eintreten und da mich so weit versorgen, wie ich will, auch was die Sortenvielfalt angeht. Das ist ja auch so ein Thema, wenn man dann irgendwie begrenzt mit dem Eigenanbau und man will aber zehn verschiedene Sorten zur Verfügung haben, dann funktioniert das nicht. Wenn ich dann gleichzeitig nur ein paar Pflanzen haben darf und ganz wenig Gramm zu Hause, aber im Club, dann kann ich sagen, ich nehme den Club, der die meisten Sorten hat, 100 Sorten für 500 Mitglieder oder so hat und da kann ich mich dann rausreichend versorgen auf jeden Fall. Das ist schon nicht schlecht. Also einmal zu den 50 Gramm kann ich sagen, ich habe in meinem Kleiderschrank, das ist schon lange verjährt, habe ich im Redundant angebaut. Das heißt, es ging alle zweieinhalb Wochen gegen drei kleine Töpfe mit Pflanzen rein in der Treppe. Da könnte man auf jeden Fall jetzt schon eine Technik entwickeln, wie ich mit den 50 Gramm runterrauche und schon wieder 50 Gramm ernte. By the way, so irgendwie kriegt man was hin. Aber was auch interessant ist, ist halt zu sagen, die Situation ist endlich die, das sage ich auch meiner Community immer, Leute, egal was wir an Eigenanbau kriegen und da sprechen wir heute noch im Detail drüber, ich habe mich auch mit Growern und mit euch in der Community schon drüber unterhalten, ein paar Fragen mitgenommen. Trotzdem kann man anfangen zu modellieren, weil ja erstmal dann eine Pflanze nicht mehr illegal ist und dann können wir halt weiter demonstrieren, mit Politikern sprechen und denen sagen, Leute, wenn wir schon diese Pflanze zu Hause haben und der Schwarzmarkt immer noch zu stark ist, bitte gebt uns bessere Shops, bessere Qualität, bessere Preise, gebt uns mehr Pflanzen. Also das heißt, wir können gestalten. Das ist halt das, was mich am meisten zur Zeit freut. Wir werden auf jeden Fall noch viel durchzusetzen haben. Das wird nicht von Anfang an die Traumlegalisierung werden, die optimal sein wird. Thema Eigenanbau ist ja nur eins von vielen, die da noch zu regeln sind, möglichst konsumentenfreundlich. Führerschein ist ja auch nochmal ein riesiger Bereich, der auch nicht im Koalitionsvertrag drinsteht und selbst wenn, vermutlich immer noch, auch wenn sie es einmal geregelt haben, nicht perfekt. Da hat man wirklich noch viel zu tun. Aber dieses, man hat erstmal ein bisschen was und kann daran dann wieder ansetzen und weitermachen. So haben die Spanier dann auch gemacht, nach dem Eigenanbau, der da legal war, die Clubs durchzusetzen. Da gab es halt einen Club, der hat renitent die ganze Zeit geklagt und gesagt, ja wie, was soll das, wenn unsere Mitglieder alle jeweils einzelne Pflanze haben dürfen und die stellen die zusammen in einen Raum, was soll jetzt daran irgendwie krimineller sein als vorher? Und da hatten die Gerichte dann irgendwann kein vernünftiges Argument mehr dagegen und ich glaube sieben Jahre hat das gedauert oder so, bis sie dann das geschafft haben, eben die Clubs durchzusetzen. Von daher genau dein Ding, also man hat da erstmal so einen Ansatzpunkt und kann dann damit weiterarbeiten. Ja, also mein Ursprung ist ja, dass ich YouTube mache, weil ich ja in den Möglichkeiten ohne Anstiftung und Beihilfe die Leute schon über den Cannabis-Anbau soweit aufzuklären, dass ich hoffe, dass wenn es dann soweit ist, sie in der Lage sind sofort, das, was sie dürfen, schon mal gut anzubauen. Es gibt unterschiedlichste Techniken, es gibt unterschiedlichste Anbauverfahren und da kann man aus einer Pflanze oder zwei oder drei oder vier ganz unterschiedliche Ergebnisse erzielen in Quantität wie Qualität und wir wollten heute ja auch so ein bisschen drüber sprechen, welche Rahmenbedingungen man gestalten kann, weil ich persönlich gehe es immer mit dem Ansatz an, wie kann ich einem Politiker was erklären, dass er danach nicht besorgt und argumentativ sagt, okay, das ist vernünftig, auch wenn ich es vielleicht nicht machen würde, aber das ist ein guter Rahmen oder nicht mit einer Angst geht und deswegen müssen wir ja drüber sprechen, was wird unsere optimale Grenze sein? Ist es Licht, Leistung, Strom, ist es Fläche, sind es Pflanzen? Erzähl mal deine Gedanken dazu. Ich habe mit Gron gesprochen und habe auch eigene Gedanken, die kann ich ja dann mal da ergänzen. Ja, das ist tatsächlich ein Gespräch, weil ich, oder eine Diskussion, die ich alle paar Jahre mal wieder gehabt habe in der ganzen Zeit, auch ganz früher schon und da gibt es nicht den goldenen Weg, ja, bei der Zahl der Pflanze, genau, da hat man halt dann irgendwie die Möglichkeit, riesige Pflanzen anzubauen im Garten und da hängt jeweils ein Kilo drauf oder sowas, dann hast du auch immer gigantische Ernte und von daher wäre eine Mengenbegrenzung, wenn es darum jetzt geht, irgendwie wäre Licht natürlich ein sinnvoller Begrenzungsfaktor, der aber wieder den Nachteil hat. Ökologie, ja, wir haben jetzt irgendwie Klimakrise und wollen die irgendwie geregelt kriegen. Da wäre das absolut kontraproduktiv, das ganze Gras weiterhin unter Lampen anzubauen, ja, selbst wenn das jetzt LEDs sind, die weniger verbrauchen oder so, aber trotzdem ist das ein gigantischer, sinnloser Stromverbrauch, das wollen wir nicht, sage ich mal, das auch als Handverband nicht. Handverband ist ja auch ein sehr ökologischer Bio-Rohstoff, was wir auch mit promoten, so ein bisschen zufällig ist, eine Droge, die man auch irgendwie, wo man auch T-Shirts draus machen kann, ist ja auch nicht das übliche. Aber ja, jedenfalls, wer will das schon heutzutage noch mit seiner Droge irgendwie Klima versauen? Ja, das ist ja bescheuert. Also du willst auch auf dem Balkon den Leuten anbauen lassen und dann taugt Lampe nicht als Begrenzungsfaktor. Genau, ja. Und dann können wir noch Quadratmeter machen. Das finde ich auch einigermaßen plausibel, zu sagen, okay, das ist egal, ob das eine groß oder kleine Pflanzen sind. Das kommt ungefähr dasselbe bei raus. Das ist, wo ich mich mit einem Grower unterhalten habe, der meinte, pass auf, ganz wichtiger Ansatz. Ob wir jetzt vier Pflanzen haben und da hat er so spaßeshalber gemacht und ich mache da vier Quadratmeter draus oder ich nehme eine realistische Menge und sage, komm, zwei bis drei Quadratmeter, irgendwas in dem Rahmen und ob da jemand zwei Pflanzen oder 200 hinstellt und ob er da Lichtmenge so oder so oder ob das im Garten ist, das ist wirklich schon mal ein sehr gutes Argument. Also wir sollten uns auf eine maximale Menge, die man zu Hause haben darf, plus eine Fläche, die man bespielen darf, denke ich, macht das am meisten Sinn. Ja, Fläche finde ich plausibel, wobei das natürlich dann auch, es gibt immer Graubereiche, egal wie geht es bei dir, du kannst es überall festlegen, dann darf denn da ein Blättchen jetzt noch drüber ragen irgendwie über den Quadratmeter oder wie viel davon, ein Siebtel von der Platzspitze oder was, oder muss ich das dann abschneiden da über der Kante, über dem Lot oder so, das ist auch schwierig, aber am Ende irgendwie wertpraktikabel. Der Punkt ist nur, ich glaube, es wird auf Pflanzenzahl rauslaufen, weil das bis jetzt überall so ist. Also mir ist kein Land bekannt, wo Anbau geduldet wird, wo es nicht um die Pflanzenzahl geht. Das ist überall so. Das hat sich irgendwie durchgesetzt und von wegen, du musst das plausibel machen, das war ja dein Ansatz, man muss den Leuten dann erklären, den Politikern und überhaupt allen Leuten, die verstehen, was los ist. Und dann ist das eigentlich egal, wie viel man da rausholen kann aus einer Pflanze, da kann sich aber jeder was darunter vorstellen. Jeder Konsument darf so und so viele Pflanzen anbauen und dann sagt die auch immer, ja, okay, das verstehe ich. Mehr als Quadratmeter, nehme ich mal an. Und dann halt irgendwo vielleicht noch eine Menge, die man zu Hause lagern darf, um da auch nochmal eine Regulierung zu haben. Ja, was würdet ihr denn da sagen? Also Malta sagt jetzt 50 Gramm, ich würde auch sagen, warum nicht auch ein Kilo oder was? Leute, schreibt mal in den Chat, was so ihr für eine sinnvolle, maximale Obergrenze, die man, und jetzt sage ich es extra, pro Person oder pro Haushalt, was würdest du, Georg, pro Person zu Hause haben darf? Genau, wegen WGs und Gemeinschaften. 250, 300, 500, Leute wichtig. Ich muss noch dazu sagen, die Outdoor-Ernte. Warum überhaupt eine Begrenzung? Das ist ja für die Frage auch wichtig. Man könnte ja auch sagen, wir begrenzen das gar nicht und wer halt irgendwie 10 Kilo im Jahr raucht, der soll halt 10 Kilo anbauen und 100 Pflanzen oder was. Und da geht es aber tatsächlich ja um das Argument, was wir am Anfang hatten, dass man irgendwie noch als Staat einen Überblick haben will, wer macht das denn kommerziell. Weil das läuft dann auf Steuerhinterziehung raus im Wesentlichen. Am Ende, wenn einer das dann doch verkauft und da Gewinne mitmacht, das nicht versteuert, dann ist das halt ein Gesetz verstoßen. Logischerweise, ja, sonst funktioniert ein legaler Markt nicht, wenn jeder privat so viel anbauen darf, wie er will. Theoretisch jedenfalls. Man könnte auch sagen, man begrenzt das gar nicht. Und man darf halt nur nicht verkaufen. Wer so große Mengen hat, wird irgendwann erwischt beim Verkaufen auf dem Schwarzmarkt und dann ist das halt das Problem und nicht die Menge, die er hat. Auch plausibel wäre das für mich auch, ja, aber ich glaube, es wird darauf rauslaufen, dass man aus dem Grund eine Begrenzung hat, damit Behörden irgendwie einen Anhaltspunkt haben, kann das auch für einen Privatverbrauch sein oder kann es das nicht mehr? Von daher müsste man jetzt eine Menge definieren aus Eigenanbau, Ernte. Vielleicht, wenn man nur einmal im Jahr anbaut, eine Lampe, nur auf dem Balkon und ich habe einen kompletten Jahresverbrauch mit einem Grow irgendwie angebaut, das muss ich zu Hause lagern können. Das wäre optimal. Aber nicht mehr. Damit man weiß, ist nicht kommerziell. Wie viel ist das? Oh, oh, oh. Darf ich was sagen? Da kommt mir gerade ein Gedanke, Georg. Also, ich zähle definitiv nicht dazu, aber ich kenne Leute und ich glaube, das ist dann auch nicht mehr gesund, irgendwann, die auf jeden Fall mal so zwischen sieben und zehn Gramm rauchen und sich dann auch sagen, okay, dann will ich für jeden Tag im Jahr 365 Tage meine zehn Gramm haben dann, also meine 3,6 Kilo müsst ihr mir zu Hause lassen. Oder ein bisschen aufrundet, noch vier. Aber ich glaube, das wäre, also, das war gerade nur ein spielerischer Gedanke, Leute. Also ich, da gibt es bestimmt auch so Strohgrower, die von irgendwelchen Netzwerken, so wie so Fake-Heirat oder so, kriegst du dann von irgendwem die Pflänzchen gebracht, die bei dir hinstellt werden und sagst, ja, das ist eben seine 4 Kilo da. da wird das halt irgendwann schwierig. Also, das ist eine private Frage, die ich mitgebracht habe. Wie schätzt du, wie schätzt du so die politische Landschaft ein, weil du sitzt in Berlin, du bist halt am, also auch die, nochmal, wie gesagt, die Cannabis-Normalkonferenz profitierte ja auch, denke ich, davon, dass sie in Berlin stattfindet und die Politiker einfach so nach Feierabend oder sich einen halben Tag freinehmen konnten und zu euch kommen konnten auf die Veranstaltung. Wie schätzt du das so ein, die Grenze? Also, was glaubst du, der Shed hat so wirklich zwischen 100 und viel kam auch so 500 Gramm vor. Ich glaube, wenn wir so von einer Fläche, Balkon, Balkonien, zwei, so, da hole ich auf jeden Fall, also zwei Kilo müssen es dann eigentlich schon sein, wenn man logisch vorgeht, ne? Ja, also ich meine, ich persönlich habe jetzt überhaupt kein Interesse daran, das irgendwie zu begrenzen, jetzt großartig, wobei ich das irgendwie verstehe, mit dem, mit dem man muss jetzt irgendwie unterscheiden können, was Commerz angeht. Ich meine, ein Kilo würde auch schon die allermeisten Konsumenten zufriedenstellen, ne? Da bist du ja auch schon bei über zwei Gramm am Tag, was, ich finde das auch schon viel, ja? Das ist viel. Und dann hätte man immer noch die Möglichkeit, über einen Anbau-Club und Geschäfte und so weiter dann auch zuzuputschern, wenn man das unbedingt will. Und außerdem, man raucht ja auch eine Menge weg, das heißt, man könnte immer dann noch wieder hinten anfangen, nachzulegen. Wenn man halt natürlich mehr als einen Durchgang im Jahr macht. Wobei ich ja immer dann eben auch diese Öko-Lampenfrage im Hinterkopf habe, also ich würde auf jeden Fall ermöglichen den Leuten, dass das auch in einem Durchgang schaffen, mit Sonne. Ja, der Aspekt, das ist uns auch schon bewusst bei mir in der Community, dass Nachhaltigkeit wird ein Thema, also definitiv. Ich glaube, ein Prozent des Stromverbrauchs in Kalifornien geht für den Cannabis-Anbau drauf. Ja, das ist auch krank. Ja, es ist krank, aber um das auch zu relativieren, es gibt auch andere Industriezweige, die viel mehr verbrauchen, also an Strom. Das muss man auch sich bewusst sein. Aber es ist wichtig, Ja, oder Stahl kannst du nicht mit Sonne kochen. das stimmt. Ich wollte es nicht mit der Stahlindustrie. Aber es ist auch wichtig, stellt euch vor, ich zeichne euch mal ein Bild. Wir dürfen morgen anbauen. Wisst ihr, wie, wenn wir das nicht nachhaltig tun, auch vom Anbaukonzept mit den Dünger, dann fließt ganz schön viel Nitrat auch die Kloschüssel runter. Also, das habe ich im Hintergrund schon mit einigen Leuten am Besprechen. Ich werde mir auf die Fahne schreiben, jetzt im Zuge der Legalisierung muss ich mich noch mal beeilen, dass ich mich auch mit dem Thema nachhaltiges Cannabis kultivieren für meine Community in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch informiere und stark mache, das zu verbreiten, wie wir das machen. Eine gute Sache, wir haben ein Biobauer. Jawohl. Ja, also wir hatten nämlich gerade einen Stream zu KNF, also Korean Natural Farming. Man versucht dann halt auch wirklich regional seine Nährstoffe zu beziehen und also wir haben das auf dem Schirm, Georg. Uns ist das wirklich bewusst, weil, ja, wie du es sagst, wir wollen am Ende jetzt nicht nur Cannabis frönen und froh jauchzen, dass wir es kultivieren können. Wir wollen auch ein vernünftiges Gefühl dabei haben und nicht ein schlechtes Gewissen haben. Genau. Jawohl. Gut, also hat man dann jetzt wahrscheinlich irgendwas um die ein, zwei Kilo, auf wie das Ganze begrenzt wird und wahrscheinlich Pflanzenzahl, ja, also bei Quadratmetern kann man immer mal noch einstreuseln, ja. Mal gucken, vielleicht nehmen sie das ja auch, die Deutschen scheinen ja da offen zu sein für andere Wege, als die anderen da machen. Ja, der Deutsche. Da haben wir zumindest schon mal die groben Flöcke eingeschlagen. Ja, der Deutsche, das ist eine gute Sache. Der Deutsche ist sehr genau eigentlich. Also ich habe immer den Leuten gesagt, ich tippe nicht so wirklich auf eine Entkriminalisierung, aber vorhin, als du das angesprochen hast und wie du das argumentiert hast, denke ich auch, dass sie das vielleicht vorübergehend machen können, aber ich habe immer den Leuten gesagt, Leute, wir sind in Deutschland. Die Deutschen wollen Kontrolle, also die Politiker wollen Kontrolle, über das, was sie machen. Entkriminalisierung fühlt sich für viele argumentativ nicht gut an. Würde so Kontrolle außer Hand geben, aber es zulassen. Und ich habe immer gesagt, wir legalisieren und machen es gleich richtig und dann mit ganz vielen Regeln. Wie denkst du der Deutsche, wie genau wird das sein? Werden wir da, wird das, werden die Deutschen überregulieren oder denkst du, es wird vernünftig laufen? Also da vielleicht nicht perfekt. Das ist natürlich auch die große Frage, so den Satz, wie er in letzter Zeit oft wiederholt, den ich vor 20 Jahren schon gedacht habe, wie damals war das so, oder die ganze Zeit über, war das immer super, wie wir alle in eine Richtung gerannt sind, Richtung Legalisierung. Wir waren uns alle einig, es gab überhaupt keine Auseinandersetzungen darüber in der Szene. Deswegen war auch dieses Gefühl, all united und so weiter, auf den Demos und alles. Da gab es eigentlich keine wesentlichen Strömungen irgendwie in die eine oder andere Richtung. und war immer klar, wenn das soweit ist, dass wirklich jetzt die Legalisierung ansteht, dann werden wir unterschiedlicher Meinung sein über alles Mögliche, wie das jetzt geregelt werden soll. Und dann müssen wir es noch würdig über die Bühne kriegen, ja, ohne uns da gegenseitig irgendwie fertig zu machen, in einem vernünftigen Diskussionsprozess. Von daher, was ist überreguliert? Ja, das ist natürlich die Frage. Ich habe immer ein Fachgeschäftemodell vertreten, was ich auch für Alkohol und Tabak besser fände, wenn das nicht in jedem Supermarkt an jeder Tankstelle verkauft wird, sondern eben in Fachgeschäfte. Jeder soll die Möglichkeit haben, nach einer bewussten Entscheidung, da hinzugehen und sich da zu kaufen. Aber es soll einem nicht aufgedrängt werden. Es soll nicht im Supermarkt andauern. Quengelzone. Ja, genau. Schnapsflasche an der Supermarktkasse. Das ist das Allerletzte. Und das darf auch mit Cannabis nicht passieren. Und Alkohol gehört auch in Fachgeschäfte. Und keine weißen Restriktionen. Das ist alles schick, wenn die Leute das machen. Aber auch keine Werbung. Jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit, wie wir sie so kennen. Fachmagazine hatten wir immer so mit im Gedanken, da kann man das machen, weil das sowieso lauter Konsumenten sind, die halt lesen, wo man nicht jetzt Leute animiert, jetzt großartig zum zusätzlichen Konsum oder überhaupt in uns einzusteigen. Sondern da geht es dann wirklich darum, welche Marken, welche Innovationen und so weiter, was die Genussmittelwerbung immer behauptet, dass es darum geht. Aber klar geht es eigentlich darum, irgendwie neue Konsumenten abzuziehen. Das sollte auch nicht der Fall sein. In den Läden wäre auch Werbung okay. Also da kann man mir natürlich jetzt auch vorwerfen, da ist viel zu restriktiv. Das braucht man nicht. Wir können das genauso wie Gemüse im Supermarkt verkaufen. Ich will einen Laden haben, wo kein Jugendlicher rein kann. Auch eine Frage, ab welchem Alter. Man muss auch nicht reingucken können. Also ich finde die Cannabis Social Clubs in Barcelona, Leute, die sind unglaublich, also mal ganz kurz so mal abgeleitet, die sind unglaublich schön eingerichtet, viele. Die sind von außen ganz schlicht, das ist eine matte, weiße Glasscheibe, vielleicht noch ein, man sieht nichts so. Und trotzdem weiß jeder, dass da was ist. Also wäre ich auch mit d'accord, weil es ist doch vernünftig. Ich möchte nicht, dass mein Kleiner die ganze Zeit halt irgendwie damit auch konfrontiert wird, wenn er nicht alt genug dafür ist. Ich glaube jedenfalls, dass die Deutschen das relativ genau machen werden mit der Regulierung. Aber Kanada hat das auch relativ genau gemacht jetzt. Das ist ja nicht so, als hätten die da nur zwei Sätze da irgendwie ins Gesetz geschrieben, sondern die haben auch schon relativ feinteilig da das Mögliche reguliert. Das ist ein schönes Beispiel. Kanada ist seit drei Jahren sind sie legal und man sieht trotzdem, dass ganz viel passiert. Es morft sich weiter. Es entwickelt sich die ganze Zeit. Das ist mein positiver Blick auf das, egal was kommt, wir werden es verändern. Wir werden es verändern können. Das ist es. So Kanada hat übrigens auch tatsächlich sich das grüne Cannabiskontrollgesetz schon angeguckt. Das haben die Grünen ja zum ersten Mal 2015 eingebracht. 2018 hat Kanada legalisiert. Und so viele Konzepte, so detailliert gab es weltweit gar nicht. Von daher ist das schon relativ nah dran, was die da in Kanada machen, was in Deutschland eben auch diskutiert wird. Nicht an jedem Punkt, aber doch jetzt nicht so völlig fremd voneinander. Jetzt gucken wir bestimmt auch nochmal rüber und gucken, wie sich das entwickelt hat. Davon denke ich, profitieren wir. Weil das gibt den Politikern wieder so Fakten. Und da ich meinte, wir sind in eine Zeit eingetreten, wo wir ein bisschen Fakten basiert, oder nicht ein bisschen, wo wir Fakten und Argumente basiert, rational über das Thema der Legalisierung sprechen, mit den meisten Parteien. Und deswegen ist in Kanada halt auch gerade viel zu gucken, was wie abläuft. Ja, Georg, also ich glaube, ich will mal so ein bisschen zusammenfassen jetzt so, wie könnte das aussehen? Sagen wir mal so, ein Kilo pro Person zu Hause, zwei Quadratmeter, wie viel Pflanzen du da stehen hast und wie viel Ernte. Okay, wir sehen mal die Quadratmeter. Pflanzen, die Kilos haben wir schon ausdiskutiert in der Community. Was sagen die zu den Kilos? Zu Pflanzenzahl kommen wir vielleicht auch nochmal. Pflanzenzahl sagen die Leute, die sagen, sie sind zufrieden mit vier, aber viele sagen auch ganz strikt keine Pflanzenbeschränkung, weil es gibt gute Argumente, wie man das anders klärt. Quadratmeter, also vier Pflanzen höre ich. Ich sage zwei Quadratmeter pro Person. Damit gehe ich rein. Zwei Quadratmeter. Okay, dann würde ich gerne mal hören, was sagen denn die Leute zu Quadratmetern? Was für eine Begrenzung fändet ihr sinnvoll, wenn das auf Quadratmeter rausläuft? Kommen die mit zwei klar? Muss das mehr sein? Ist das ein Drama, wenn das nicht mehr ist? Oder was wäre, wenn das nur ein Quadratmeter ist? Was kann man damit anfangen? Vielleicht dazu nochmal ein bisschen was Feedback. Fünf, zwei, also ich denke so zwei Quadratmeter, drei, oh jetzt ist der Chat. Macht ihr mal bitte den Chat langsam, Moderator und Slowchat. Ich habe ihn reingeknallt. So, jetzt habe ich Slowchat reingeknallt. Ähm, vier, 1,4, das ist eine 1,2 mal 1,2 Box, also so eine Standard Growbox. Ein Quadratmeter. Leute, ich lese keine drei Hektar vor. Jetzt habe ich drei Hektar vorgelesen. Ähm, fünf Mann, äh, ja, also trotz Slowchat, äh, ist es, nee, Moderatoren. Doch, es ist Slowchat und die Leute, guck mal, wie viele Leute reinschreiben. Deswegen denke ich, es ist immer noch schneller im Modus. Also, jeder, der so konkrete Vorstellungen davon hat, wie das aussehen soll, ist herzlich willkommen nächstes Jahr, bei der Cannabis-Normale-Konferenz, das eben da auch mit einzubringen. Ich werde auf jeden Fall die Werbetrommel für Rüren, auch auf Social Media und ich werde auch sehr gerne vorbeikommen. Also, ich habe es sehr genossen. Also, Leute, ich sehe schon auch vier Quadratmeter, manche gehen bis sechs. Ich glaube, seien wir mal ehrlich, sechs pro Person. Wir gehen hier pro Person. Guck mal, da könntest du immer sagen, ich baue für meine Frau und mich vier Quadratmeter an. Oder für deine drei Mitbewohner, da seid ihr bei sechs. So, ich denke so, aber das ist nur meine Meinung. Natürlich, äh, jeder darf auch sagen, er raucht um einiges mehr. Oder ich will keine Freunde haben. Ich will nur alleine sein und nur zwei Quadratmeter. Ja, natürlich. Wenn Cannabis legal ist, sehen wir Georg dann mal... Alle ganzen Freunde wollen ihre zwei Quadratmeter selbst haben. Kann auch sein. Pass auf, eine Frage wurde gestellt, wenn Cannabis legal ist, sehen wir Georg dann mit einem dicken Bubaz rauchen. Weißt du was? Da lassen wir uns einfach überraschen. Ja, das ist eine super Idee. Ja, also, ähm, ich denke, eine Frage habe ich, wie kannst du dir erklären, dass der, dass die Grünen beim Cannabis-Kontrollgesetz auf drei kamen? Weil drei ist, also wir mögen doch alle Runde zahlen. Und vier ist so symmetrisch. Vielleicht haben sie irgendwo hingeguckt, wo das auch so ist. Okay. Ich meine, die haben natürlich auch damals schon tatsächlich viel Expertise eingeholt, ne, bei Leuten, die sich was auskennen. und vielleicht ist auch das deswegen so. Die sind, die haben ja auch relativ weit gedacht, das ist auch ein Thema, wo ich jetzt noch drauf raus wollte. Eigentlich egal, ob Quadratmeterzahl oder Pflanzenanzahl, ist natürlich die Frage, was ist denn mit den Stecklingen und so, ne? Ah, darf ich, darf ich, die Grünen haben da schon, na gut. Achso, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, jetzt kam aber gerade, du wolltest was erzählen, was die Grünen schon sich ausgedacht haben. Genau. Jetzt höre ich zu. Die haben eben nicht nur diese drei Pflanzen irgendwie ins Gesetz geschrieben, sondern die haben da hingeschrieben, drei weibliche, blühende Pflanzen. Das haben die sich als Obergrenze vorgestellt, ne, auch mit dem Gedanken, wie viel Stecklinge die Leute da hinterher ziehen, ne, und sich dann die schönsten aussuchen und die Männchen raus und so weiter. Ne, selbst ein männlicher Steckling ist ja eigentlich eine Pflanze. Ne, wenn ich Pech habe, kriege ich dann überhaupt keine Ernte am Ende, wenn ich nur mit drei Pflanzen, wenn man das so ernst nimmt quasi. Das heißt, da sind die schon wieder einen Schritt weiter ins Detail gegangen, sinnvollerweise, aber sie haben nicht dazu geschrieben, sie haben das nicht konkret dazu geschrieben. Sie haben nicht gesagt, das heißt, Stecklinge können haben, so viel ihr wollt, sondern da steht nur drei weibliche Bühne Pflanzen. Und ich weiß, dass sie das damit gemeint haben, aber es steht halt da nicht. Ne, das heißt, unser nächster Step ist dann, wenn dann so eine Diskussion kommt und die sind schon so weit, dass sie das da stehen haben, das hätten wir aber gerne noch schriftlich da drin stehen, von wegen, Stecklinge können haben, so viel ihr wollt. Und bei den Quadratmetern ist ja genau dasselbe. Du hast ja wahrscheinlich gemeint, zwei Quadratmeter, wo echte Pflanzen draufstehen und nicht dann ganze Stecklinge. So, das muss man dann auch noch irgendwie mit regeln. Ach, Georg, deswegen wollten wir dich auf jeden Fall heute mal dazu befragen, weil du, ja, du hast eine sehr gute Perspektive und siehst manchmal so eine Sachen, die ich dann jetzt auch mal übersehen hätte. Aber dieses Steckling-Ding hatten wir auf dem Schirm, das wollte ich auch noch drauf kommen. Aber, ja, das ist dann am Ende bend the rules, don't break the rules. Irgendwie für die Frage, was ich dann irgendwann mal mache, eine Handpflanze anbauen, die ist ja unabhängig davon, ob ich die rauche oder nicht, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf irgendwann, ne, so auf dem Balkon, ohne Lampe, schön, ja, das würde ich wohl machen, wenn ich das darf. Musst du uns auf jeden Fall mal ein Foto dann twittern, da sind wir gespannt. Und wenn du Hilfe brauchst, ich glaube, da hilft dir jeder gerne oder guck dir ein paar YouTube-Videos von mir dazu an. Ja, so machen wir das. Ja, Georg, wollen wir noch mal ganz kurz ein bisschen Q&A machen? Lass uns mal so ein ganz bisschen noch mal jetzt wirklich, ich mache den, Leute, überlegt euch die Frage wirklich gut, weil ich habe den Slow-Chat-Modus drin. Und Georg, pick du dir die Fragen. Du hast ja, ich sehe ja, du guckst auf deinen Laptop. Vielleicht, Leute, jetzt habt ihr die Gelegenheit, mal Georg eine Frage zu stellen zum Thema Politik, Cannabis, die ihr so vielleicht nicht immer stellen könnt. Ich suche, ich lese auch mal mit, was interessant ist. Ja, ich muss ja noch ein bisschen Gebümmel ausknipsen, damit ich überhaupt was sehe. Ach, okay. Nicht so spezifisch mit Vorschlägen, ach so, ja, okay. Führerschein wird mitbearbeitet und dann kommen endlich Experten, Leute. Das ist ein eigener Stream für sich, Führerschein. Liebster Strain. Hast du irgendwie noch einen Strain, wo du sagst, aus deiner Jugend oder von deinen Reisen, wo du sagst, der ist in Erinnerung geblieben? Was, einen Strain? Nee, habe ich nicht. Okay. Aber ich glaube, das ist wirklich, vielleicht dazu mal, wenn wir diese Fachgeschäfte haben, das wird für die deutschen Konsumenten doch ein Erweckungserlebnis werden. Gerade die, die nicht groan. Die meisten groan ja nicht. Das ist ja schon so die Spezialisten-Community, die auch ein bisschen Ahnung hat von unterschiedlichen Sorten und wie unterschiedlich die wirken und so. Die meisten kriegen doch von den Händlern immer irgendwie eine Sorte Grünzeug in die Hand gedrückt. Von wegen, da hast du dein Gras. Hast du mal wieder was Gras? hier hast du Gras. Jedes Mal was anderes. Das wirkt jedes Mal anders. Mal vertragen jetzt gut, mal macht das Herzrasen oder sie kriegen irgendwie ein paar Rass davon oder sonst was. Und die wissen ja gar nicht, warum. Die wissen nicht, ob das jetzt viel THC bei wenig CBD ist, ob das der Grund ist oder das der PIN-Profil oder was. Das können wir überhaupt nicht einschätzen als deutsche Konsumenten, wenn man eben nicht irgendwie seit Jahrzehnten grown und das langsam lernen. Und dann haben wir halt Packungsbeilagen, wo das alles steht. Und wir haben eine vernünftige Beratung hinterm Tresen, um was dazu zu sagen. und wir haben eine reproduzierbare Sorte, die auch beim nächsten Mal noch da ist. Und das wird ja überhaupt erst dafür sorgen, dass die Konsumenten ihren eigenen Konsum kennenlernen und viel mehr Steuern zu steuern lernen und auch das haben, was sie haben wollen. Ich glaube, da doch viele zu milderen Sorten dann greifen, wenn das viel zu stark ist, das Zeug, was sie sonst so kriegen. Ich gebe dir mal Feedback von Leuten, die mir regelmäßig sagen, ich möchte nicht mit Tabak rauchen. Ich würde gerne einen Joint pur rauchen und den wirklich von Anfang bis Ende auch wegen des Geschmacks und des Erlebnisses und ihn nicht gleich nach drei, vier Zügen ausmachen, auch wenn er pur ist, weil der die zu stark wegscheppert. Und da sind dann so eine Sorten wie von Grandmas Genetics, die haben halt so wirklich zwölf Prozenter Sachen auch in Planung, wo man sagt, genau für das, das wird ein mega altes, Alter, 50 plus, den willst du nicht mit einem 20, 25 Prozent Strain um die Ecke kommen und dann haben die auch keinen Spaß am Cannabis. Damit machen wir uns selber keine Freude. Ich bin auch ein absoluter Verfechter von Low- und Middle-THC-Strains in der Legalisierung. Das werde ich auf jeden Fall auch stark pushen. Also das ist für mich eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Das ist für mich auch so ein Punkt für den Eigenanbau, den wir ja schon am Wickel hatten. Was ist denn eigentlich mit Nutzern für Anbau? Das wäre auch noch eine gute Frage irgendwie so zum, zum, vielleicht später nochmal angucken und durchscrollen. Ist das interessant? Will man was fordern, dass die Leute neben diesen vier Pflanzen meinetwegen, weibliche blühende Pflanzen, den Leuten auch erlauben, 100 Nutzhandpflanzen anzubauen, weil da ja kein THC drin ist? Also ganz ehrlich. Das Argument wäre ja im Prinzip, das kann sich nicht berauschen, das braucht man nicht deckeln, wie das andere Zeug. Und auf der anderen Seite wäre das Argument, ja, aber das kann man ja nicht kontrollieren. So interessiert das irgendwen? Also pass auf, da sag ich mal meine Prediction. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz hier den Sound ausmachen. Ich glaube, wir werden mit einer hohen Regulierung in die Zukunft starten. Dann werden wir modellieren, das wird auch ein, zwei Jahrzehnte dauern und dann werden wir irgendwann Generationen haben, die ganz anders aufgewachsen sind, die ohne Tabak geraucht haben, die hochwahrscheinlich nur Vapes und Dabs kennenlernen, also vaporisierende Inhalationsformen, Edibles, solche Sachen. und dann werden wir Leute auch nicht mehr haben, die, also dann werden wir, ich mach mal 20 Jahre in die Zukunft. Legalisierung ist in den ersten fünf Jahren von diesen 20 Jahren vonstatten gegangen. Ey, ganz ehrlich, dann ist so viel Modellierung und dann wird keiner mehr sich wegen Nutzhamf, das wird doch keinen mehr interessieren. Das ist dann doch so ein bisschen wie, ganz kurz, heute in Deutschland, wenn ich Bier braue, passiert mir gar nichts, da kann ich auch über die gesetzliche Menge rübergehen, solange ich nicht anfange es zu verkaufen, passiert mir nichts und genauso ist es auch, wenn ich mir zu Hause was brenne, was ja eigentlich nicht so ganz mehr, glaube ich, legal ist. Ja, neuer Dings, das habe ich auch letztens erst gesehen. Aber, Entschuldigung, wir saufen alle uns die Hucke voll in Deutschland, das ist Kulturgut laut CDU, CSU, deswegen wird hier auch keiner, der Schnaps brennt, verfolgt, solange er nicht anfängt. Steuern zu hinterziehen, so wird es sein. Das ist meine Prediction in 20 Jahren. Kann sein, ja. Also, das erinnert mich auch daran an meinen ersten Gedanken, als du gefragt hast, wir müssen Leute überzeugen und dann abgebogen bis Richtung Begrenzungen, dass das nicht so viel wird. Überzeugen, dass Eigenanbau Sinn macht, finde ich mit so einem Argument viel besser, wenn man das vergleicht mit den Dingen, die Leute gewöhnt sind, selbst machen zu dürfen. Eben zum Beispiel selbst Bier brauen, ganze Kleingarten, die alles mögliche anbauen darf und speziell genau Tabak, 99 Tabakpflanzen für meinen eigenen Verbrauch darf ich anbauen und wenn ich dann den Leuten erzähle, warum soll ich denn das dürfen und der Hanf nicht, das ist so absolut einleuchtendes Argument. Ich kenne einen YouTuber, der ist so ein Selbstversorger und der hat sogar, also, das wird, sowas könnte man damit Nutzampf, ich habe die perfekte Vorlage für Nutzampf, der ist zu seiner, zu seiner Landsbehörde gegangen und hat gesagt, ich möchte Mohn anbauen. Dann haben die gefragt, wie viel Samen, welche Quadratmeter, er musste das nur ein ganz bisschen dokumentieren. Du darfst in Deutschland, wenn du Kleingärtner bist, gibt es einen Weg, gibt es ein YouTube-Video, Leute, zieht es euch rein, man kann Schlafmohn anbauen. So, es geht. Also, dann wird das auch mit anderen Sachen gehen. Wir werden die Argumente nutzen und dafür auf jeden Fall fighten. Der Kampf beginnt erst jetzt dafür. Jetzt können wir es wirklich angehen und müssen nicht gegen Windmühlen und Argumente angehen, die eigentlich nicht wegzuargumentieren sind, weil sie haltlos sind von sich aus. So ist es. Das war auch mal, deswegen habe ich auch damals gedacht, so, ja, packt halt mal an das Ding, B, du wirst das mal erleben mit der Legalisierung. Danke, Georg. Weil es zu dämlich ist, irgendwie, um das ewig aufrechtzuerhalten. Leute, wollt ihr mal wirklich einmal bitte, einmal ein ganz großes Dank für diesen wundervollen Abend und die gesamten 20 Jahre, die Georg für unsere Lieblingspflanze und wirklich eine Sache, die wir eigentlich noch nie verstanden haben, warum wir uns anders fühlen sollen und kriminalisieren und schlechtes Gewissen haben sollen, eingesetzt hast. Danke, Georg, wirklich von uns allen, von tausend Leuten hier. Das weiß ich mal sehr zu schätzen. Das ist Teil des Lohns sozusagen, ja, dass man da so viel positives Feedback kriegt. Aber ich muss auch dazu sagen, danke zurück, weil ohne die ganzen Mitglieder und Spender, die wir nun mal haben, würde ich jetzt hier nicht sitzen, würde mich gar nicht geben an der Stelle. Ja, dann wäre ich vielleicht doch Finanzbeamter geworden oder bei den Grünen geblieben und hätte Verkehrspolitik gemacht oder sowas und sonst irgendwie anders die Welt gerettet. Das ist nur möglich durch finanzielle Unterstützung und den Support dieser Leute. Von daher kann ich das auch zurückgeben. Ich sehe mich da selbst eigentlich eher nur als ein Teil des Rädchens, des ganzen Systems, der ganzen Bewegungen so wie so ein Medium oder so, wo die Energie vieler durchfließt und irgendwie organisiert, da drauf wird so ungefähr. Halt mein Teil der Geschichte, die ich da ausfülle, genauso wie alle anderen, die was spenden oder mit vollem Risiko CBD-Shops aufmachen, was weiß ich, ne? Ey, Hanfbar hat ganz schön auch mit sich an die Front gestellt. Georg, darf ich dir eine letzte Frage stellen? Ich habe ja noch einen Haufen Fragen. also wenn du bleiben willst, wenn du bleiben willst, sehr gerne. Also für mich war so, ich hatte eine Stunde mit dir angeplant. Ich meine, du gehst hier auf den Freitag, aber bitte such dir ein paar Fragen. Weißt du was? Ich trinke mal ganz kurz was. Bitte, nimm dir die Zeit für den Chat. Das kriegen die so nicht wieder, die Leute. Och, das würde ich gar nicht so sagen. Kann durchaus sein, aber sowas auch mal wieder machen. Gerne. War schon mal bei uns gemacht, aber ich mache das gerne mal hier, weil da wirklich gute Fragen dabei sind eigentlich auch. Mehrfach jetzt sehe ich gerade, da kann ich gerade mal mit anfangen, ob die CSU noch irgendwas machen kann gegen Shops in Bayern zum Beispiel oder ob sie über den Bundesrat insgesamt noch Probleme machen kann, CDU. Einmal nein, einmal ja, ist jetzt im Moment mein aktueller Stand der Dinge. Also die können nicht, wenn auf Bundesebene Cannabis legalisiert wird, können die nicht sagen, bei uns in Bayern gilt das nicht und hier sind Shops weiterhin verboten. Die Chance werden sie nicht haben. Aber grundsätzlich die Legalisierung zu verhindern im Bundesrat, ich fürchte, das können sie. Ich habe da jetzt noch keine zehn juristischen Fachgutachten zugesehen. Die gibt es wahrscheinlich auch noch nicht, jedenfalls nicht so, dass ich das wissen würde. Also gibt es die nicht. Aber alles, was ich so an ersten Einschätzungen dazu gehört habe von Juristen und was ich selber auch plausibel nachvollziehen kann, ist das nicht möglich ohne Zustimmung des Bundesrates. Und da haben die die Möglichkeit zu blockieren, weil sie eine satte Mehrheit haben von der Landesregierung, wo sie beteiligt sind im Moment. Und das reicht. Die müssen nur ihre Länder zur Enthaltung bringen, was der übliche Weg ist, wenn sich Koalitionspartner nicht einig sind. Das sind praktisch alles Koalitionen, worauf hat CDU. Die eine Seite ist dagegen und irgendeine von den Ampelparteien ist auf der anderen Seite, die dafür ist. Das heißt, die werden sich normal alle reihenweise enthalten und dann reicht das nicht. Wir brauchen da eine absolute Mehrheit über 50 Prozent. Das ist ein wirkliches Problem noch. Es gibt verschiedene Lösungsfragen, da vielleicht doch mal irgendwie drumherum zu kommen, die diskutiert werden. Aber die Einfachste wäre, wenn wir die irgendwie alle loswerden bei der nächsten Landtagswahl in der Region. NRW steht an, noch ein paar andere Landtagswahlen nächstes Jahr. Also von daher schön wählen gehen alle und alle irgendwas wählen außer CDU und AfD. AfD ist auch ein Problem, wenn die jetzt irgendwie was zu sagen hätten. Die wollen auch nichts ändern. Union und AfD sind die einzigen, die sie weitermachen wollen, wie das ist. So, vielleicht das dazu. Dann Deklarierung von dem noch ganz gut. Was soll denn da alles draufstehen auf Verpackungsbeilage? Also klar, THC-Wert logisch, CBD auch logisch, hat auch einen massiven Einfluss auf die Wirkung. Und dann gibt es ja noch jede Menge andere Cannabinoide, von denen wir gerade erst anfangen zu verstehen, welchen Einfluss die sonst noch so auf die Wirkung haben. Wenn man früher dachte, okay, THC ist das eigentlich das Einzige, was wirkt. Alles andere ist da halt so drin. Aber das hat nichts mit der Wirkung zu tun. Verstehen wir jetzt doch so langsam, dass die Mischung doch einen Unterschied macht. Und vor allem die Terpene ja auch noch irgendwie darauf Einfluss haben. Tja, cool. Aber was man da vorschreiben soll, das war ja so die Frage, die irgendwo mit dabei war. Muss ich das vorschreiben, dass das ganze Terpene-Profil da draufsteht? Ich glaube, das werden... Ich weiß es eher nicht. Also die Verkäufer werden es sowieso machen, weil es dazu führt, dass man seine Ware viel besser anpreisen kann. Genau. Da dachte ich nämlich auch gerade an dich, von wegen, das wird so eine Evolution sein. Vielleicht steht am Anfang wirklich nur THC und CBD drauf und es wird ein paar Vorreiter geben, die das ganze Profil angeben mit allem möglichen Schnickschnack, was viele Konsumenten ist völlig überfordert, die hätte ich damit gar nichts anfangen können und gleichzeitig würde er aber einen Teil der Konsumenten merken oder bringt mir was, ich kann damit was anfangen und ich kann mir daran sinnvolle Sorten aussuchen und dann nehme ich an, dass es dann einpegeln wird zwischen Angebot und Nachfrage. Da würde ich jetzt nicht noch mehr zusätzliche staatliche Vorgaben machen, weil ich glaube, dass der Kunde am Ende regelt, weil er da noch Informationen haben will oder nicht will. Kann man ja auch eine Homepage des Herstellers zum Beispiel machen, ohne jetzt alle da draufzudrucken oder so. Wird der Cannabismarkt in Deutschland so kommerziell wie in Kanada nur große Konzerne? Das finde ich auch ein wichtiges Thema. Ich hoffe nicht, dass das so ist. Bin aber auch da persönlich nicht der Fan von staatlichen Restriktionen, was das angeht. Von wegen, da dürfen keine Unternehmen über 100 Mitarbeiter und 10 Millionen Umsatz sein. so etwas würde ich nicht machen, weil das einfach nicht ins System passt. Das war meine Kritik immer am linken Modell, die eigentlich gar keine Shops wollen, keine Fachgeschäfte, sondern eigentlich auf den Eigenanbau setzen. Das hat sich zwar zuletzt auch so ein bisschen aufgeweicht, dass sie gesagt haben, na gut, wenn das kommt, dann werden wir uns nicht vergraben deswegen. Aber eigentlich wollen die da Sozialismus spielen und sagen, nicht kommerziell einfach das ganze Ding durchziehen, irgendwie oder hat irgendwer Gewinnemacht dabei. Das ist eine schöne Geschichte vielleicht, eine schöne Utopie, so wie Sozialismus insgesamt. Aber das in so ein System reinzusetzen, wie wir das jetzt gerade haben, und auch nur deswegen, wenn man handelszufällig selbst machen kann, man muss ja in der Drogenpolitik dann auch mal weiterspinnen. Die Linken selber sagen ja, letztendlich müssen wir auch andere Drogen regulieren. Aber es wird ja wohl kaum einer irgendwie MDMA selbst machen. Dann haben wir doch wieder irgendwelche Pharmakonzerne mit drin oder würden wir die alle verstaatlichen oder was. Mir leuchtet das nicht ein. Von daher auch an dem Punkt würde ich sagen, das soll der Verbraucher am Ende regeln. Ob der nur Großkonzerne haben will wie in Kanada. Nee, nee, nee. Wichtig ist nur, dass die Regeln so sind. Und da habe ich jetzt auch schon zig Interviews in letzter Zeit darauf hingewiesen. Das muss so sein, dass eine Chance für jeden da ist. Ja, genau. Und in Kanada... Wenn sie nicht so riesig teuer sind, wie Kalifornien ist auch ein Beispiel dafür, eine Lizenz 200.000 Dollar oder was, was man überhaupt anbauen darf. Das kann sich die Familienbetriebe, die vorher da im Geschäft waren, die können es das alle nicht leisten. Die sind alle weg. Und jetzt sind da Großkonzerne. Das will ich nicht haben. Aber in Kanada merkt man, Gott sei Dank, dass die, das meinte ich mit der Veränderung in den letzten Jahren, die haben sofort gemerkt, dass die drei großen Player nicht alle versorgen können und die Leute in den Schwarzmarkt gehen, weil die Qualität der Großen, ich habe gerade heute auch wieder Gespräche gehabt, du kannst ab einer gewissen Größe und eine gewisse Qualität nicht mehr wirklich so konstant machen. Das heißt, Mittel- und Small-Batch-Grower sind relevant in Kanada geworden, in den Bundesstaaten, wo es erlaubt wurde und der Markt erholt sich dort am allerschnellsten, also wird wirklich schnell zum weißen Markt. Ich finde ja auch den Lebensmittelmarkt ganz interessant als Vergleich, dass man sich darüber ärgern kann, wie viele Hormonen, Turbo, Schnitzel bei Aldi verkauft werden an die Leute, die das Zeug halt haben wollen. Aber man hat eben die Möglichkeit, als Anbieter und als Kunde eben auch komplett im Bioladen einkaufen zu gehen und eben meinetwegen Fleisch von einigermaßen glücklichen Viechern zu kaufen und den Biobauern um die Ecke eine Chance zu geben. Und so stelle ich mir das bei Cannabis auch vor. Da hat wir am Ende als Konsumenten Regeln, wo wir das herholen oder meinetwegen aus der Kooperative in Nepal irgendwo mit Fairtrade-Siegel oder sowas. Und da würde es einen Haufen Leute geben, die würden dann das billigste Gras von Marlboro haben, meinetwegen. Wenn das so ist, wenn wir so sind als Gesellschaft, dann haben wir nichts Besseres verdient. Aber zumindest sollte das eben offen genug sein für Anbieter und dann eben auch die Kunden, dass sowas möglich ist, auch teurere, speziellere Sorten, die ein bisschen aufwendiger sind im Anbau vielleicht, dann auch auf dem Markt zu haben. Extrakte, das ist auch eine wichtige Frage. Ja, ich habe es auch die ganze Zeit gelesen. Sehr gut. Ja, sind wir dafür. Ob das kommt, weiß ich nicht. Ich finde ja großartig, dass in den USA die hat es tatsächlich jetzt durchziehen. Die sind ein bisschen hemsärmeliger unterwegs von wegen Regulierungsgut. Die Amerikaner sind da ja doch, wenn die einmal sich die Entscheidung gefehlt haben, Mutterland der Prohibition, die haben uns ziemlich radikal die Prohibition über den Erdball verbreitet. Aber dann, ja jetzt sagen sie legal, ja alles klar, kannst du alles machen. Ja, wo ohne Ende und harteste, härteste Extrakte und so. Aber bei Edibles muss man vielleicht noch ein bisschen gucken, dass man da Restriktionen einführt, was jetzt THC-Menge pro Kondum angeht. Ja, es kann ja schon nachher losgehen. Da hat man da mit einer vernünftigen Präventionskampagne begleitet, gerade für die ganzen Nichtraucher, die immer aufbrieren wollen, die dann auf einmal völlig fertig im Hotel liegen dann da. Da muss ja ein Drama gewesen sein. Da musst du ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten sehe ich nicht, was gegen Extrakte spricht. Im Zweifelsfall heißt das weniger Rauch in Lungen für die gleiche Wirkung. Ich muss bei einigen Kommentaren gut lachen, aber weißt du, pass auf, es ist so, auch dazu will ich den Leuten mal einen Blick in die Zukunft geben. Kanada ist wieder ein gutes Beispiel. Kanada hatte ja Cannabis 1.0, 2.0 und jetzt sage ich mal haben sie 2.5. Es ist so. Leute, wir fangen womit an? Wir müssen erstmal was verargumentieren. Let's go. Dann erklären wir denen, Leute, jetzt wo wir drüber reden können, also die Let's Talk Kampagne läuft dann im 2. Ausbaustufe. Es gibt auch Cannabis zu trinken und das kann man auch essen und es wäre gut, wenn wir das auch okay nachregulieren. Und in Kanada ist es soweit. Die ersten Bundesstaaten, British Columbia, Leute, es gibt Rosen zu kaufen. Es ist wahr geworden, nach drei Jahren Legalisierung. Das ist Wahnsinn. So wird uns das ungefähr, denke ich, auch erwartet das nicht mal am Anfang an. Aber die Deutschen sind doch nicht dumm. Also auch die Politiker, die wissen doch, sie wollen den Schwarzmarkt bekämpfen. Sowas wird es geben. Also lieber, so wie wir es dann machen, lasst es uns gut regulieren, darüber sprechen und dann irgendwie einfügen lassen. Braucht Zeit. Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis auf Steuersatz. Da bin ich irgendwie von wegen zuversichtlich, dass die Politik was verstanden hat. Ich glaube, die haben verstanden, dass sie das nicht zu teuer machen dürfen, um den Schwarzmarkt tatsächlich zu verdrängen. Das ist ja auch so ein Punkt, der viel kritisiert wurde, auch jetzt im Vorfeld der Legalisierung, dass die ganzen Polizeivertreter gesagt haben, wer werden will, und Schwarzmarkt in Kanada hat es ja gar nichts gebracht. Das hat schnell passieren muss, möglichst mit dem Verdrängen des Schwarzmarks, damit man schöne Statistiken hat. Das ist, glaube ich, allem klar. Das wollen wir nicht haben. Das hier nach zwei Jahren, oder das hier auch zweieinhalb Jahre dauert, bis mehr als die Hälfte des Schwarzmarks durch den Weißen ersetzt worden ist, obwohl ich das immer noch als fetten Erfolg empfinde. Ja, ist es. Jedes einzelne Prozent ist ein Erfolg. Aber wenn es noch schneller geht, wunderbar. Und das wissen wir auch. Und deswegen das nicht so teuer sein darf. Auch, weil wir da Vorarbeit geleistet haben mit unserer Studie da, mit den Kosten der Prohibition und Steuersatze vorgeschlagen und wie kann das gehen mit der Besteuerung und Justus Haukapp als Ökonomieprofessor da spielt auch eine wichtige Rolle dabei, der eben die Studie gemacht hat. Da ist jetzt der Experte für das Thema Finanzen und Cannabis Legalisierung und der ist auch FDP-kompatibel. Ja, der kann auch denen das erklären und von daher, glaube ich, da war ja auch eine Anhörung genau zu dem Thema auch zuletzt. Und da ganz explizit ist die FDP nach unserem Feedback da auch zurückgegangen, also nicht nur unser Feedback, alle waren sich einig, das war zu teuer. Haukapp war selber auch dabei und dann haben die in ihrem Antrag den vorgeschlagenen Steuersatz geändert, der halt vorher viel zu hoch war. Leute, supportet den DHV, guckt mal. Haukapp-Studio und Haukapp-Studie und die haben da nochmal nachjustiert. Das ist, was der DHV für euch macht. Also Leute, Real Talk. Georg, wirklich, also ich ziehe, ich habe heute die gesamte Sendung über meine Cap gezogen, die ich sonst immer trage aus Respekt vor deiner Arbeit, wirklich, Wahnsinn. Ja, danke, danke. Überall ist ja auch eine Auswirkung einer Weihnachtsspendenaktion, wie jetzt auch gerade wieder läuft. Da haben wir gesagt, wir wollen mit dem Geld eben diese Studie bezahlen und hat perfekt gepasst da. Wahnsinn. Also Extrakte werden denke ich auch so zweite, dritte Sache kommen, wenn nachreguliert wird, weil Leute immer noch fragen, was sind Extrakte und wie kommen die in den Markt. Also wäre von Anfang an bewusst, bin schon jahrelang Mitglied. Sehr schön, Revelo, so muss das sein. Spende ist raus, Dankeschön. Sehr geil, Leute. Wirklich, danke für euren Support. Thema Extrakte nochmal zurückbringen hier auf Grower Community und so. Please. Was wollen wir denn den Leuten erlauben, selbst zu produzieren an Extrakten? Raw Sin. Nur lösungsmittelfreie Extraktionswege. Water Hush, Raw Sin und wirklich, also, Kein Gas. Kein Gas. Vielleicht Alkohol noch, weil Alkohol hat keine Verpuffungsgefahr, kann man auch Scheiße mitbauen, aber Gas bleibt verboten. Das dürfen nur Profis machen. Das sind halt alles so tausend Details, die wir dann auch irgendwie einbringen müssen. Du kennst du stellst die richtigen Fragen. Das sind für mich schon so Fragen, so klar, die interessieren mich, aber ich wusste nicht, dass du die auch so bewusst vorne weg trägst, aber ja, das waren Gespräche auch heute und mit der Community und wirklich, alle stehen in Deutschland wirklich mittlerweile, denke ich, die gut educated sind für lösungsmittelfreie Wege zu Hause. Das hat sich verändert, das war vor zehn Jahren noch anders. Ja, gut. Das ist schon schön, wenn das so einigermaßen Konsens ist, das erleichtert die Sache dann eben auch zu fordern, dass Leute selbst Extrakte herstellen dürfen. Das könnte ja auch sein, dass das verboten ist, wenn dann irgendwann der Eigenanbau erlaubt ist, wobei das natürlich schwer auch zu kontrollieren ist. Zertifiziert. Aber so wenig Verbote wie möglich, den Leuten so viel Freiheit lassen wie möglich, aber man will halt auch diese ständigen Berichte über irgendwelche Explosionen von Häusern vermeiden. Also die Leute schreiben dazu noch einige Kommentare und Leute, es wird nicht die Möglichkeit geben, das sehe ich nicht, das gibt es in keinem legalen Land, dass du zu Hause ein zertifiziertes Close-Loop-System dir als Privatperson hinstellen kannst. Dafür wirst du einen ex-geschützten Bereich brauchen, der muss immer wieder abgenommen werden. Du musst Lüfter haben, die keinen Funken werfen, wenn der Gasdurchfluss durchgeht. Das geht nur in Händen, auch in den USA in Händen. Ich sage euch, das Extrakt-Game ist das für BHO ist das teuerste Game im Cannabis-Markt. Die Anlagen und die Experten, das ist so teuer, auch von den Lizenzen, wirklich, das gehört nur in Profihände, ist meine Überzeugung. Hier kommen immer noch gute Fragen rein. Ja, die ganze Zeit. Gibt es auch Politiker, die sich so sehr für Cannabis einsetzen, zum Beispiel. Da muss ich mal nochmal oder würde ich gerne nochmal ein Plädoyer für Politiker bringen, weil es gibt so eine Haterei irgendwie auf Politiker und die da oben und die sind alle gleich und die sind alle doof und blablabla. Ich habe das eher so kennengelernt, dass wirklich die meisten Leute, die in die Politik gehen, erstmal irgendwas verändern wollen. Je nach Partei vielleicht noch ein bisschen unterschiedlich oder so, aber auf jeden Fall die meisten, ich habe damals auch viel Kommunalpolitik gemacht in den 90ern und jede Menge von den Leuten da im Stadtrat kennengelernt und so, das sind ja alles keine Monster, die jetzt irgendwie wahnsinnig machtgeil sind oder geldgeil oder was, sondern die wollen sich einsetzen für die Gesellschaft und diejenigen, die für Legalisierung sind, machen das aus Überzeugung, wenn sie ein bisschen mehr tun als ja, ja sagen so ungefähr. Das steht im Parteiprogramm, deswegen bin ich dafür, aber ich habe keine Ahnung, gibt es natürlich auch viele, aber die, die wirklich dabei sind, die sind auch engagiert, wie jetzt eben zuletzt die drei drogenpolitischen Sprecher oder vier, wenn man ein Dirk Heidenblut muss man auch mitrechnen von der SPD, auch wenn die SPD selber ein bisschen zögerlich war, ewig gebraucht hat, aber Heidenblut ist da ein Vorkämpfer und der war wirklich super engagiert. Und Kapat Gontor, Nima Morfassat und auch Schindenburg, das waren auch alles Leute, die haben sich wirklich engagiert eingesetzt, kann man nicht sagen, die haben da nur irgendwie, die wollten eigentlich gar nicht drogenpolitische Sprecher werden und haben da irgendwie mit einem halben Arsch abgesessen, sondern die haben echt was gerissen da. So, dann habe ich hier noch Also eine der meistgestellten Fragen ist immer wieder, Georg, was sagst du zum Führerschein? Genau, genau, da wollte ich auch raus. Weil das ist am Anfang so ein bisschen abgewirkt, das ist eine eigene Sendung, das ist vollkommen richtig, da können wir auch stundenlang drüber reden, über die ganzen Details. Ja, aber es kommt einfach zu stark. Das ist aber nicht der Punkt, sondern trotzdem muss man dazu sagen, dass das ein extrem wichtiges Thema ist, dass für viele Leute ein größeres Problem ist als das ganze Verbot und als das Strafverfolgung und Eigenanbau und Selbst Eigenanbau, ja, muss ich ja so mal hier mal sagen bei euch, gibt es Leute, die sagen, das interessiert mich nicht, ich will Führerschein haben, oder das Problem, die wir gelöst haben. Und das ist bei uns ganz oben auf der Liste, wenn man jetzt so bei den Themen, die wir jetzt da einbringen, was fehlt, die ganz großen Überschriften, dann ist der Führerschein auf jeden Fall dabei. Eigenanbau und Amnestie, da haben wir auch noch nichts drüber gesprochen, vielleicht auch das Wort mal eben droppen, auch eine eigene Sendung, aber Leute, die dann irgendwelche Verurteilungen haben, die mal als Straftäter aufgefallen sind wegen Hanf, ohne Waffe, ohne Riesenhandel und so, das muss alles gelöscht werden da aus den Akten. Ja. Aber Führerschein, ja, das müssen wir regeln. Und zum Führerschein kommt was Gutes. Es gibt mittlerweile mal den ersten Test, der Speichel auf irgendwie Abbauprodukte oder also, der kann acht Stunden, also es wird, denke ich, sowas wie ein Alkoholtest. Leute, es gibt zu viele gute Ingenieure in dieser Welt und damit kannst du Kohle machen. Wenn du dem Staat ein Produkt verkaufst, da sind jetzt schon Leute echt dabei, wie können wir dem Staat so einen Test liefern, dann sind wir gemachte Männer. Macht euch keine Sorgen, die Polizei wird irgendwann feststellen können, ah, okay, in den letzten so und so vier Stunden. Der Unterschied ist vielleicht noch, dass unterschiedlich schnell abgebaut wird, aber es wird irgendwas in die Richtung geben. Also anders geht es in Deutschland nicht. Dafür sind die Deutschen noch zu genau. Ja, also mal utopisch rumgesponnen sozusagen, was eine optimale Lösung wäre. Ob die jemals realistisch umgesetzt werden kann, weiß ich nicht. Aber ein fortentwickelter Test, ob Leute soweit beeinträchtigt sind, dass sie unter unter ein Mindestmaß an Verkehrstüchtigkeit fallen und eben nicht verkehrstücht sind. Ja, dann würde man gar nicht mehr auf irgendwelche Blutwerte gehen, von was da auch immer drin ist. Es gibt ja auch Alkoholiker, die fahren erst richtig vernünftig, wenn die besoffen sind und nicht, wenn sie nüchtern sind, weil sie dann zittern wie Sau oder sowas. Ich weiß nicht, möglicherweise fahren die dann bei 0,8. Vielleicht gibt es da genau einen Pegel, wo das passt. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, fahrt alle besoffen durch die Gegend. Ja, aber umgekehrt gibt es auch einen Haufen Leute, die keinen Alkohol im Blut haben, aber viel zu alt sind zum Fahren, bei denen die Reaktionen überhaupt nicht mehr da sind, die nichts mehr sehen und so weiter. Ja, die da auch schwere Unfalle bauen dann ständig. Die würden man dann auch um den Verkehr ziehen. Das wäre natürlich auch so ein Punkt bei der Sache. Aber dann würde es wirklich um Verkehrssicherheit gehen und nicht um irgendwelche Blutwerte und ob das jetzt irgendwie vielleicht schon Rausch ist oder nicht. Einfach, wenn man ins Blut guckt, sondern muss die Leute angucken, ob die einen Rausch haben oder nicht und ob die Fahrtisch sind oder nicht. Diese Rolleranbieter, die testen das in Berlin. Wenn du nachts dich freischalten willst, dann fragen die deine Reaktion ab und wenn du nicht schnell genug bist, fragen sie dich nach, ob du wirklich freischalten willst. Ja, das ist ein guter Ansatz. Da gibt es auch tatsächlich Forschung dazu. Die Polizei hat ja auch schon so einen Torkelbogen, der aber nicht so richtig funktioniert. Da hat man dann diese Zählerei bis 30 zum Beispiel. Da kann kein Mensch irgendwie präzise und die beschweren sich dann, wenn man nicht präzise kann und man ist dann irgendwie breit oder was. Quatsch. Aber es gibt eben auch Weiterentwicklungen gerade, die auch getestet werden und Studien zugibt, dass es wirklich präzise Sachen gibt. Weil es gibt irgendwelche speziellen Bewegungen, die auch irgendwie auf Gleichgewicht sind, gehen oder so, wo man das charakteristisch nachvollziehen kann. Na, das wäre super. Wenn man sowas hätte, dann wären wir wirklich ein paar Schritte weiter. Eine Frage war da noch, mache ich einen Magic Mushroom Verband, wenn wir fertig sind, mit Hand? In die Zukunft gefragt. Also die ist ja jetzt nicht so ganz abwegig, wenn man international mal guckt. Gerade USA, ja, die sind ja jetzt im Prinzip dann auch, gehen ja auch schon weiter. Es gibt auch Volksabstimmungen jetzt schon erst zur Entkriminalisierung von Halluzinogenen und grundsätzlich ist Drogenpolitik auch ein riesiges, weites Feld und dass Cannabis verboten ist, ist kein singuläres, zufälliges Ereignis des Universums oder was, sondern das ist eine insgesamt international zusammenhängende Prohibitionspolitik für bestimmte Substanzen. Da ist Hanf irgendwie zufällig mit reingeraten, aber das Prinzip und das Schädliche da dran ist bei anderen Substanzen auch so. Und ich komme eigentlich auch eher von einer globaleren Betrachtung und habe damals gesagt, okay, fangen wir mit Hanf an. Ich bin aber ja auch Mitglied im Schildauer Kreis zum Beispiel, ein Netzwerk von Fachleuten, die Prohibitionen sich grundsätzlich dem kritisch gegenüberstehen und beleuchten, welche Schäden das anrichtet. Und bei Lieb Leute in Forstmitte against Prohibition, wo Gesetzeshüter, Polizisten und Anwälte, Richter und so weiter sich dagegen wehren, dass sie das da immer noch durchziehen sollen. Akzept e.V. eher so ein Verband aus der Richtung Niedrigschwelle Drogenhilfearbeit, die aber auch grundsätzlich prohibitionskritisch sehen im Grunde oder auch international. Wenn man sich da die Global Commission and Drug Policy anguckt, zum Beispiel, die seit ein paar Jahren doch erheblichen Einfluss auch auf die internationale Debatte hat, das sind auch Leute, die das grundsätzlichen in Frage stellen. Ehemalige Staatspräsidenten und Kofi Annanen und so weiter, also wirklich keine No-Names oder so, die nicht nur über Hanf reden. Und wenn wir uns die Schäden jetzt international angucken, nehmen wir ja gerne immer so Narcos Mexiko als Beispiel. Das ist viel näher an der Realität dran, als die meisten da denken. Das ist ein Kriegsgebiet da, da sind zigtausend Tote irgendwie jedes Jahr, einfach durch diese Kartellkriege, die eigentlich nur die Ursache einer Drogenposition haben und zwar nicht mehr so arg wegen Hanf. Das spielt auch eine große Rolle, würde auch schon mal helfen, aber letztendlich hat keiner was von Drogenposition. Das ist schon so. Von daher kann ich mir das schon vorstellen, dass das noch Thema wird dann. Aus DHV wird DRV Deutscher Handverband bleibt Handverband und ich rede hier auch, wenn ich so etwas erzähle, nicht als Handverbandvertreter, sondern als Georg Wurt. Die Leute schreiben so eine Sachen. Aber die Leute sehen, dass wir doch... Ich glaube, der Handverband würde es immer geben. Das wird erhalten bleiben und da werden wir auch nicht dran rumruhkeln. Es gibt auch genug Leute, die das nicht so sehen mit den anderen Drogen und die sollen ihren Handverband auf jeden Fall auch behalten und als Handverband machen wir auch nichts anderes. Was ich dann mache, ist eine andere Frage. Genau, aber die Leute haben halt verstanden, dass eine... Also da gehört eine Entkriminalisierung jetzt sofort eigentlich für Konsumenten. Also irgendwie eine Regel für den Konsumenten. Das ist eine Sache eigentlich wirklich... Das ist der nächste große Schritt in der Drogenpolitik, wenn wir diesen Meilenstein dann wirklich umgesetzt haben. Ich denke, egal welche Substanz, der Konsument... Und das haben wir ja begriffen. Warum legalisieren wir denn jetzt Cannabis? Also abseits des Geldes für die Politiker. Weil wir mit Verstand verstanden haben, dass das keinen Sinn macht und das, wie du es gesagt hast, das ist nichts, was auf Cannabis oder Hanf irgendwie beschränkt ist. Es wird immer Menschen geben, die frei entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten und diese Menschen sind definitiv keine Verbrecher. Ja, letztendlich steckt ja so eine philosophische Betrachtung dahinter, warum nehmen Menschen überhaupt Drogen und Gehören, Genussmittel oder psychoaktive Substanzen, muss man sagen, nicht auch zum Menschsein dazu. Das begleitet uns von Anfang an und seit Jahrtausenden, ob das jetzt geboren, irgendwie vergorener Alkohol ist oder Pilze oder Kakteen oder so. Das hat uns dahin begleitet, wo wir jetzt sind und wir wären nicht die, die wir sind, wenn nicht irgendwie wir jetzt Zeit irgendwelche Drogen genommen hätten. Ein Computer würde es ohne LSD vielleicht auch nicht geben. Ja, das ist ja auch nochmal so ein Thema. Auf jeden Fall ist das auch eine kulturelle Angelegenheit. Da macht es gar keinen Sinn mit so einer nur ausschließlich Risikobrille drauf zu gucken. Von wegen, das ist alles ein riesiges Problem und wir müssen irgendwie dagegen kämpfen oder so. Sondern wir müssen auch gucken, was ist denn eigentlich das Positive daran? Wie kann man das stärken? Und wie kann man das so ritualisieren, dass es eben möglichst wenig Schäden hervorruft und das ist eigentlich bei jeder Droge dasselbe. Insofern muss man eigentlich im größeren Rahmen betrachten als nur Hanf. Das macht keinen Sinn eigentlich. Ja. Plant ihr Demos bezüglich Führerschein und Gras? Ich denke, da wird der DHV sich einiges einfallen lassen an Aktionen bezüglich Führerschein. Das ist jetzt ja endlich ein Thema, wo man dran auch arbeiten kann. Das wird ja nicht einfach so stehen gelassen. Ja, das machen wir ja auch schon die ganze Zeit. Das war auch eine unserer Jahreskampagne mit den Weihnachtskampagnen, die wir immer machen. Wir haben eine eigene Rubrik auf unserer Homepage. Können wir mal gucken an verband.de und dann Kampagnen. Und das ist auch die Führerscheinkampagne dabei. Und wir haben auch eine eigene Homepage dazu zu der Kampagne aus dem Jahr. Führerscheinkampagne.de, glaube ich. Und klarer Kopf, klarer Regel, klare Regeln war damals unser Slogan. Wir können auch googeln, kommen auf die Seite. Da gibt es eine umfangreiche Broschüre, wovon wir ein bisschen rumsuchen da, wo auch das ganze Problem mit den Abbauwerten erklärt wird und warum das anders ist als bei Alkohol. Und auch warum es schwierig ist, wirklich jetzt da einen Grenzwert zu finden, der wirklich trifft, ob jemand berauscht ist oder nicht. Also das ist ein Thema, das wir seit vielen Jahren auch wesentlich mit bearbeiten. Gerade in letzter Zeit höre ich da wieder andauernd irgendwelche Beschwerden von wegen, warum ich das nicht jedes Mal sage. Aber du bist da immer dran. Aber ja, eben. Und jetzt geht es erstmal ja um Legalisierung, was formal, juristisch und so weiter nichts mit dem Führerschein-Thema zu tun hat, sondern eigentlich eher mehr so irgendwie philosophisch oder so hat. Ja, genauso wie eingeführt wurde diese Führerschein- Drangsaliererei nicht aus Verkehrssicherheitsgründen, meiner Meinung nach, was eigentlich der Sinn von Verkehrsrecht ist und Führerscheinrecht, sondern als Ersatzstrafe und Zusatzstrafe dafür, dass Leute Cannabiskonsumenten sind und nicht dafür, dass ein Verkehrsproblem oder Risiko wären. Deswegen wird das jetzt auch so mit reingemischt in die Legalisierung. Da hat man gesagt, okay, dann müssen wir ja auch immer an die Führerschein-Sache mal ran. Obwohl das eigentlich miteinander gar nichts zu tun hat. Deswegen rede ich, wenn es jetzt darum geht, dass im Koalitionsvertrag steht drin, wir wollen legalisieren, also den Verkauf von Hanf in Fachgeschäften. Und das geht um das Thema, dann rede ich auch über das Thema. Dann, wir bringen das zwar ein, dass das wichtig ist, genau wie ein Eigenanbau, aber wenn ich gefragt werde, was bedeutet denn das, dass da Cannabis in Fachgeschäften verkauft wird, dann sage ich nicht, das bedeutet, dass die Führerscheinfrage regelt wird, weil das was ganz anderes ist. Ja, also vom Recht sowieso. Und also, dass das irgendwann im Zuge der Logik des Menschenverstands dann angegangen wird im Laufe eines Veränderungsprozesses der nächsten Jahre, das ist ja irgendwie, das leuchtet einem ein. Aber dass das nicht zusammenhängt und dass das nicht, was du gerade sagen willst, das ist, nur weil wir legalisieren, verändert sich nicht gleich was im Führerschein, weil das sind getrennte Sachen im Recht. Also wir können das jetzt immer gut mit reinbringen, das machen wir auch und man wird da auch mehr auf den Ohren finden, aber rein formal sind da wirklich zwei verschiedene Sachen und es ist kein Automatismus, das hat da gleichzeitig passiert. Ich wollte noch zum Thema Demos darauf noch mal eingehen. Also Demos machen erstmal eigentlich nur Sinn, wenn Leute hingehen. Ja. Ja, ihr geht nicht da hin. Ja, das muss man mal so sagen. Das ist ja lächerlich, was da irgendwie an Zahlen zustande kommt. Auch, wir haben ja auch die GMMs, Global Marihuana Marsch, das kommt jetzt Anfang Mai wieder in vielen deutschen Städten. Das sind meistens ganz kleine Veranstaltungen für eine komplette Legalisierung. Das ist das quasi irgendwie das Hauptding, die Hauptforderung, legalisieren. Und jetzt fragst du mich, ob wir da Demos für Führerschein und Hand machen. Wie viele Leute sind da hin und kommen? Fünf oder was? Also da müsste auch mal ein bisschen um Puschen kommen, wenn das irgendwie Sinn machen soll. Amen. Außerdem sind wir da eher unterwegs in Fachkreisen manchmal. Das ist vielleicht auch ein Thema, was da gut zieht. Verkehrsgerichtstag. Ja, das ist zum Beispiel so ein Gremium super konservativ. Und da sind die ganzen Leute, die Geld verdienen damit. Das fängt an mit Toxikologen, die die ganzen Urinproben untersuchen, mit ihren Labors. die ganze MPU-Industrie, eine MPU-Berater, die Psychologen da, die Ärzte, Verkehrspolizisten, Verkehrsrichter, Verkehrsanwälte. Das sind so im Wesentlichen die Berufsgruppen, die da rumlaufen. Und von jeder dieser Berufsgruppen der konservative Teil, der das als möglichst respektiv haben will. Also wirklich irre da. Das ist ja voller Paralleluniversum. Oh, scheiße. Das ist echt so. Das ist ja ein Kulturschock. Die haben mich letztens da eingeladen, zu einem Podium-Schreitgespräch, wollte mal ein bisschen Stimmung in die Bude bringen. Das ist auch ganz gut gelungen, glaube ich. Und ja, ich glaube, ich habe auch ein paar Impulse da lassen können, die mal nachdenklich werden. Und das sind dann zwei verschiedene Wege. Einerseits, okay, wie relevant sind die noch? Sind das wirklich die, die werden die Einfluss verlieren? Vielleicht auch. Hören wir auf andere Experten vielleicht eher. Grenzwert Kommission ist auch nochmal so ein Gremium, was da was zu sagen hat. Da braucht die ganzen Toxikologen und Geldverdiener drin sitzen. Mit drin hängen, ja. Mehr thematisiert. Bei der letzten Anhörung zum Thema Führerschein habe ich das genau auch mit thematisiert in der Stellungnahme. Eben die Frage, wer sind eigentlich die Experten und was für Interessen haben die? Auf jeden Fall kann man da auch viel machen. Bei der Bundesanstalt für Straßenwesen sind auch vernünftige Leute eigentlich, die da eigentlich offiziell zuständig sind in den Bundesbehörden dafür Fachleute, die das verstanden haben, dass das gerade irgendwie nicht richtig geregelt ist. Aber solange da ein CSU-Verkehrsminister drüber hockt, der dann sagt, nö, Schnauze halten, reden wir nicht drüber, wir machen da auch nichts. Da können die halt nichts machen. Das kann sich halt ändern demnächst mit ein bisschen Glück. Das sind auf jeden Fall lauter Wege, die wir da gehen. Also zum zweiten Mal war ich jetzt dieses Jahr am Verkehrsgerichtstag. Diese Homepage haben wir da damals gemacht und betroffenen Videos gemacht und so weiter. Also wir sind da schon ewig dran und wir werden auch dran bleiben. Wichtiges Thema. Ich glaube, das wollte ich eigentlich nur sagen. Ja. Ja, Leute. Also ich glaube, hier könnten wir noch eine ganze Liste anfragen. Eine Sache war vorhin, wie sieht für dich guter Jugendschutz aus? Was glaubst du, wird jetzt da in der Hinsicht passieren? Das kam vorhin auch ein paar Mal. Was? Das ist ein super kompliziertes Thema. Ja, aber genau das ist es. Oft, wenn man mit den Leuten spricht, die noch nicht davon überzeugt sind, dann sagen sie, ja wie Jugendschutz. Ja, genau. Also das war auch bei uns hier eine wesentliche Diskussion gerade wieder in letzter Zeit. Wir haben ja letztes Jahr die Kampagne gemacht, Leute überzeugen. Mehrheit 2020 war der Slogan dafür, so ein Jahr vor der Bundestagswahl, bevor es dann damit losgeht. Dies Jahr war natürlich die Wahl selbst unser Kampagnen Thema, aber letztes Jahr haben wir gesagt, noch mal ein bisschen Prozente machen. Ja, wir wollen eine Mehrheit haben. Ich wollte immer eine Mehrheit dahinter haben. als aufrechter Demokrat, ja, war das mal ein Makel, da hat es keine Mehrheit gab für Legalisierung. Jetzt haben wir es geschafft, ja, wir haben jetzt die Mehrheit. Jedenfalls eine einfache. Mehr Leute sind für Legalisierung als dagegen. Spektakuläre Entwicklung. Auf jeden Fall haben wir da eine Homepage gemacht, Cannabis-Fakten.de. Ja, das war der beste Move, Entschuldigung, aber das war ein Move vorm Herrn. Als die Drogenbeauftragte, die letzte, da angefangen hat, Werbung zu machen, da seid ihr so reingegrätscht. Super. Eigentlich war das Zufall, da kommt mir nichts zuvor, dass die auch gleichzeitig so eine Kampagne gemacht hat, Leute, Jugendliche da Influenzen irgendwie. Lustigerweise hat die das ja auch erst genau so genannt. Da war Zufall. Ich dachte ganz ehrlich, Georg, deswegen habe ich dich unterbrochen, sonst hätte ich dich reden lassen. Ich dachte wirklich, ihr habt das strategisch, strategisch gemacht. Big up und gute, also da habt ihr Glück gehabt. Das war Meisterleistung. Ja, dann hat ja sie nachher das Ding dann macht dich schlau genannt. Ursprünglich wollte sie das auch Cannabis-Fakten nennen. Oder die URL hatten wir schon und alles. Und dann hat sie gesagt, komm, dann machen wir das halt was anderes daraus. Naja, auf jeden Fall, wo ich eigentlich darauf raus wollte, Jugendliche. Wir haben ja da analysiert, wer sind die Gruppen, die noch am meisten dagegen sind? Wie spricht man die an? Was sind deren wichtigste Argument? Ängste, das ist auch so, die Argumente sprechen ja alle für Legalisierung, auf der anderen Seite sind Ängste, mit denen man irgendwie umgehen muss. Und haben dann so zehn Sachen identifiziert, wo wir gedacht haben, entweder sind das deren Ängste, die man irgendwie erläutern muss, warum das jetzt kein Problem ist, den Leuten die Angst nehmen. und ein paar Argumente pro Legalisierung, die hohe Überzeugungskraft haben. Einfach zum Beispiel unter anderem auch die internationale Entwicklung. Viele von denen, die gegen Legalisierung sind, glauben eigentlich, dass die kommt. Ja, und haben sich damit schon abgefunden, wegen der internationalen Entwicklung, wegen der ganzen Debatte. Das hat man vor vielen Jahren schon in der Umfrage, dass das so ist. Auf jeden Fall, da sind auch zwei Seiten zum Thema Jugendschutz mit drin. Eine, die sich speziell an Eltern richtet. Was mache ich denn, wenn meine Kinder konsumieren? Ist das ein Problem oder nicht? Wie gehe ich damit um? Und nochmal eine, ganz allgemein zu Jugendschutz. Und da haben wir das ziemlich genau nochmal auseinander gedröselt und uns auch durch den schmerzhaften Prozess begeben, zuzugeben, dass die Legalisierung natürlich nicht das Problem löst, das Jugendliche Cannabis konsumieren. Das wird die Legalisierung nicht leisten. Das Blödsinnige ist nur, das der Legalisierung vorzuwerfen, Legalisierung deswegen abzulehnen, weil es dann immer noch jugendliche Konsumenten gibt. Weil beim Verbot gibt es ja genauso jugendliche Konsumenten. Das hat überhaupt keinen Einfluss auf Jugendliche, die die konsumieren. Hat viel mehr Einfluss darauf, ob irgendwelche Rapper gerade berühmt sind, die vor der Kamera rauchen oder nicht. Da sieht man Schwankungen, sag ich mal, über die Jahre, was Musiktrends angeht und so, aber jetzt nicht, was die Polizei da veranstaltet. Genauso sehen wir auch keine Zunahme von jugendlichen Konsumenten in den USA. In den Staaten, die legalisieren oder in Kanada. Ich fand das auch immer so hart. Also, ich habe mich für dumm Verkauf gefühlt, wenn ich bei Diskussionen mir angucken konnte, wie es hieß, wir sprechen hier über die Legalisierung für Abgabe, für Fachgeschäfte an Erwachsene. Ja, aber was ist mit unseren Jugendlichen? Das war so, also, wer das richtig analysiert, der sieht, dass das kein Argument ist, was sich gegeneinander irgendwie aufhebt, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nur weil wir was für Erwachsene regulieren, hat das, wie du gerade sagtest, keinen Einfluss auf unsere Jugendlichen, ob es verboten ist oder nicht. Und genauso umgekehrt. Ja, und hier ganz kurz noch eine Sache, hier schrieb auch einer, der im Chat, ich finde es gerade nicht, aber genauso sehe ich das seit meiner eigenen Jugend. Vor einer Klassenfahrt wird aufgeklärt, bitte sauft nicht zu viel, sonst werdet ihr nach Hause geschickt und über Cannabis wird nicht aufgeklärt, weil es wäre ja was Verbotenes. Oder es ist so, über Alkohol wird in Suchtpräventionsstellen gesprochen, aber dass mein Kind kifft nicht, weil dann ist mein Kind ja gleich kriminell. Das verändert eine Legalisierung. Leute wissen zwar, okay, mein Kind soll nicht kiffen, aber ich kann darüber sprechen, ohne dass ich Angst habe, dass ich und mein Kind gleich bei uns im Dorf als die Kriminellen oder so abgestempelt werden. Das verändert die Legalisierung. Genau. Also es wird einfach eine offenere Diskussionskultur. Da sage ich immer, so mein Spruch, ich drücke ja immer Play, wenn ich irgendwas erzähle, irgendwie das selbe Zeug wie forever. Aber das sind dieselben Eltern, die ihren Kindern mit 14 oder 13 das erste Mal Alkohol anbieten, hier willst du mal probieren oder so, die dann sich tierisch aufregen, wenn die mit 16 oder 17 das erste Mal einen Joint rauchen. Und das ist Auswirkung des Verbots und der Prohibition und deswegen verstecken Jugendliche das eher vor ihren Eltern und Verwandten und Lehrern und was weiß ich. Und das wird einfach zu mehr Offenheit führen mit der Legalisierung und zu mehr ehrlichem Umgang, auch zu mehr Offenheit, was vielleicht auch negative Konsumerfahrungen angeht. Das ist ja auch wichtig zu teilen. Das wird dazu führen, dass nicht mehr die Polizei den Drogenunterricht macht in der Schule, sondern vernünftige Drogenberater, die auch dann Glaubwürdigkeiten haben und die dann nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger rumlaufen, sobald man zu den illegalen Drogen rüber schwenkt. Aber was ich noch eben sagen wollte, von wegen umgekehrt, das finde ich auch extrem sinnlos zu sagen, wir haben ja überwiegend erwachsene Konsumenten, weil 80 Prozent oder mindestens der Cannabiskonsumenten in Deutschland sind Erwachsene, vielleicht 90. Und zu sagen, die müssen wir kriminalisieren, ja, ein Massenverfahren, Hunderttausende von Verfahren irgendwie ist, um Jugendlichen ein Signal zu setzen. Deswegen kriminalisiere ich mit Strafrecht erwachsene Konsumenten. Das finde ich extrem unsinnig. Und eine totale Verharmlosung von dieser Aussage, das ist jetzt nur ein Signal. Das ist nur so ein Signal an die Jugendlichen, die das nicht sollen. Auf Kosten unserer Gesellschaft. Das ist ein Signal. Auf Kosten unserer Gesellschaft wird dieses Signal von konservativen Politikern als richtig empfunden. Ja. So, guckt euch die Seite mal an, Cannabis-Fakten.de, Jugendschutz. Leute, postet die bitte mal kurz in den Chat. Ich kann das gerade nebenbei nicht machen, aber postet sie mal rein. Also wirklich sorgfältigst irgendwie rum, oder ja, ich auch viel formuliert. Ja, das ehrlich zu machen und nicht irgendwie so zu tun, als wäre das jetzt die Lösung mit der Legalisierung, aber trotzdem eben auch darzustellen, wieso da nichts schlechter und trotzdem vieles besser wird auch. Aber dann müsst ihr das hier nicht ganz so weit ausholen, ja, steht ja alles da. Ja. Überhaupt ist das auch, die Seite ist gemacht dafür, dass sie hilft bei der Diskussion. Über die Skeptiker. Also wenn ihr jetzt eine Oma habt oder Eltern, was weiß ich, die da skeptisch sind, wahrscheinlich findet ihr eine dieser Seiten da auf Cannabis-Fakten.de, die ihr mit denen teilen könnt. 100 Prozent. die sind geschrieben. Eher überzeugend als die Handverbandseite zum Beispiel, wo die gleichsinnige Gefühle haben, als National-Liege-Leist-Truppe, denen glaube ich nichts. Ja, tatsächlich, das ist da, das hatte ich im Chat auch in meinem Stream schon ein paar Mal halt den Leuten gesagt, so guckt mal da hin, wenn ihr mal ein paar Argumente sucht, so da findet ihr auf jeden Fall gute Argumente. Ja, genau. Schön. So, was steht noch? Denkt dran, Alkohol ist kein Leitung, er ist kein Mineralwasser, das ist ein gutes T-Shirt auf jeden Fall, das fühle ich. Ja, die Seite führe ich immer an, wenn es um Thema Cannabis geht. Ja, sehr schön, dann hat sie schon genau ihren Zweck erfüllt. Online-Shops, wollen wir mal ein, zwei letzte Fragen in den heutigen Abend einschließen? genau, komm, gehen wir mal in den Endspurt. Genau, Online-Shops, wie denkst du, Deutschland wird im Zuge der Legalisierung ein Online-Versand unter gewissen Regeln mit Postident möglich oder wird das erstmal ausgeklammert? Bin ich auch gespannt, ist auf jeden Fall ein Thema, was, ob ich im Wesentlichen im Rahmenverband irgendwie seit Jahren vortragen, von wegen Leute, wie Gleismodelle in Nordamerika, ist das absolut üblich, dass da Online-Handel mitgedacht wird, in den US-Staaten, Kalifornien, in Kanada, war es ja sogar so unvorstellbar, als das passiert ist, das wurde ja schon seit 2015 bis 17, 18, so, bis 18 kam das Gesetz, schon diskutiert, wie die das machen da, hat auch eine Weile gedauert und Online-Handel wurde von Anfang an mitgedacht und hier würde das kein Mensch irgendwie, hätte das gefordert oder irgendwie gewusst überhaupt, dass das da so ist, weil das hier einfach keine Rolle gespielt hat mit dem Online-Handel, großartig, ist natürlich hier auch schwer am Bum, wie verrückt, aber vor 10 Jahren war das mal was ganz Kleines und das gilt ja auch immer als total unsicher, das Internet ist eine Gefahr für die Jugend, weil die da irgendwelche Inhalte finden und so, das ist ja gefährlich und da gibt es auch keinen Jugendschutz, das ist eine Jugendgefährdung das ganze Internet, das ist ja eher die Haltung, die in Deutschland noch so vorherrscht und da dann immer den Hinweis reinwerfen, so von wegen, ja, also Online-Handel sollte man schon mal mitdenken, das ist ja Zukunft und das wird kommen, so, naja, mittlerweile gibt es ja aber auch Systeme, wie man sicherstellen kann mit Passkontrolle bei der Abgabe dann nach Hause und Alkohol kann man auch bestellen und ja, sollte man bei Hand auch können, aber ob sie das jetzt schon trauen, weiß ich nicht. In Kanada war es ja teilweise so, dass es nur Online-Handel gab in manchen Provinzen keinen einzigen Shop, was auch bescheuert war, aber nicht. Und manche, manche, also genau da merkt man halt, das glaube ich, wird uns in Deutschland nicht so stark passieren. Ich glaube, wir werden da einfach einheitlich von Norden nach Süden und Westen und Osten behandelt werden. Eine Frage hatte ich gerade noch gesehen. Warte. Jetzt ist sie weg. Cannabis Fakten. Ach genau, eine Frage, die vorhin oft gestellt wurde. Was glaubst du, wird sich für die Patienten in Deutschland im Zuge einer Legalisierung verändern? Gar nichts oder verändert sich auch für die was? Wird es leichter, vielleicht eine Kostenübernahme zu bekommen? Hast du da aus deiner Perspektive und Sicht auf den deutschen Cannabis-Markt irgendwie vielleicht was für uns? Kommt drauf an, wie viel Geld die haben. Also, wer das Geld hat, der wird wahrscheinlich, wenn es einen Shop gibt, mit großer Auswahl niedrigschwelliger rankommen. Ich glaube, jetzt nicht, dass es viele Krankheiten gibt, mit denen man wirklich mit dem Angebot von einem gut sortierten und einem gut kontrollierten Shop, also qualitätsmäßig kontrolliert, dass da jetzt nicht irgendwie total ungesunde Zusatzstoffe drin sind. Da gehe ich von aus, dass es der Sinn von Legalisierung unter anderem, dass man das vernünftig qualitätskontrolliert hat. Und bei der Sortenvielfalt, die werden was finden, was passt für sie, die meisten. Ganz wenige, vielleicht super empfindliche Patienten, mit extrem runtergefahrenen Immunsystemen, dass man da nochmal sagt, okay, das Zeug da, was jetzt da gerade medizinisch angebaut wird, mit Luftschleuse und absolut schimmelfrei und im Ganzkörperkondom angebaut und so, das für die noch irgendwie wichtig ist. Die anderen werden da halt sich freuen, dazu das ganze Arztgedürn sich sparen können. Von daher, aber für die, die das Geld nicht haben, die angewiesen sind auf Erstattung durch die Krankenkassen, für die ändert sich erstmal nichts und bleibt nur zu hoffen, dass auch an der Baustelle was vorwärts geht. Eine letzte Frage, Georg, die wurde gerade auch schon zweimal gestellt und die betrifft mich als Grower, also als leidenschaftlicher Gärtner, der nicht mehr growt natürlich, auch sehr. Wie sieht es mit dem Samen aus in Deutschland? Samenverbot, es ist ja, also ich frage mal sehr spezifisch, wir haben dieses EU-Saatgutgesetz und das spricht so ein bisschen gegen so eine Bewegung, aber glaubst du, man kann sowas unterbieten, wenn man den Leuten den Anbau irgendwann erlaubt? Also wie glaubst du, wird das, weil die Grünen haben ja immer noch so ein bisschen diesen Vorwurf zu tragen, dass sie 1998 damals das Saatgutgesetz mit verkackt haben? Ja, vielleicht erzähle ich das nochmal, wie das gelaufen ist damals. Das war jetzt keine Idee der Grünen und das war jetzt nicht unbedingt die Frage, Grüne, wollen die Hanf zusammen verbieten, ja oder nein? Und die haben gesagt, ja klar, wollen wir Hanf zusammen verbieten. So war es nicht. Das ist noch eine Entscheidung gewesen aus der Kohl-Regierung, aus der Zeit, der hat im Prinzip dann auf den Weg gebracht und durch den Bundestag gebracht, beziehungsweise, das ist ja auch, naja, muss gar nicht durch den Bundesrat, genau, sondern durch den Bundestag, sondern durch den Bundesrat, weil da geht es um Anlage 1 BTMG, da stehen die ganzen verbotenen Stoffe drin, deswegen unter anderem kann man auch nicht legalisieren ohne Bundesrat, weil Cannabis muss raus aus der Anlage 1 und in § 1 Betäubungsmittelgesetz steht drin, Änderungen der Anlage werden gemacht per Ministererlass mit Zustimmung des Bundesrates. das heißt, das Hamsterbenverbot war im Bundesrat und da werden ganz oft Gesetzespakete zurechtgedealt, irgendwie, von wegen du Christat und du Christat und so und dann bringen wir das Ganze irgendwie durch. Und in dem Fall ging es darum, dass es eine Verbesserung im drogenpolitischen Bereich für Take-Home-Dosen geben soll für Substituierte. Also auch ein wichtiges, gutes, drogenpolitisches Thema, ein echter Fortschritt, was dann vorwärts ging und bei den Hanfsamen ging es rückwärts. Und die Grünen haben den Fehler gemacht, diesen Deal mitzumachen. Gut auf der einen Seite, schlecht auf der anderen Seite und das war ein Fehler, ganz klar, aber es war nicht so, dass die Grünen von sich aus gesagt haben, hier, den Samen müssen wir verbieten. Das weiß ich, also das ist auch wichtig, ich stelle dir ja nicht eine Frage und nimm es vorweg, mir war das schon klar, also mir war klar, das ist halt im Zuge mitgegangen und dass das von Kohl vorbereitet war, das habe ich jetzt noch dazugelernt. Leute, deswegen nicht immer einfach nur das Nachplappern, aber kannst du vielleicht noch was sagen, wie glaubst du, könnte sich das in Deutschland entwickeln im Zuge der Legalisierung? Also wie du gesagt hast, werden die erlaubt? Wenn Hanfanbau, Privatanbau erlaubt ist, das war ja dein Eingangsstatement, natürlich, dann werden auf jeden Fall die Samen legalisiert, ganz klar, das hängt ja unmittelbar mit der Illegalisierung des Anbaus zusammen, das macht ja überhaupt keinen Sinn sonst, auch mit EU-Sortenkatalog zu Nutzhanfadern hat da nichts mehr zu tun und das würde auch jetzt schon gehen, du hast so ein bisschen gesagt, die Regeln da der EU sprechen vielleicht dagegen, aber es gibt ja etliche EU-Länder, wo die Jungs-Samen, auch die Potenten, ganz normal legal sind und das ist ja auch ein Sonderfall, dass eine Substanz im BTMG verboten ist, die selbst gar nicht psychoaktiv ist, man kann sich ja mit Hanfanen nicht berauschen, das ist bei allen anderen Substanzen da der Fall, aber nicht bei Hanfanen. Das ist ein Angstgesetz. Ja, also ich meine, klar, wenn man jetzt den Anbau unterdrücken will und ich weiß, dass man Stärklinge haben kann, dann ist das natürlich irgendwie logisch, dass man das vielleicht versucht. Aber solange eben der Anbau nicht mit berücksichtigt wird jetzt hier, sondern von der Ampelkoalition, sondern nur die Shops kommen, ist das nicht gesagt, dass mit den Samen irgendwas passiert. Natürlich haben wir dann auch mit auf dem Schirm, in unserem Forderungskatalog, im Zusammenhang mit Eigenanbau, logischerweise, dass man da auch die Samen mal sinnvollerweise zulassen sollte, aber das sind Themen, für die müssen wir noch kämpfen, auch die Samen. Ja, Georg, ich glaube, das war ein sehr, sehr aufschlussreicher Stream. Also für mich, ich habe viel dazugelernt. Das ist wirklich schön, dir zuzuhören und dir Fragen stellen zu können. Du hast einfach unglaublich gute Perspektive auf die Sicht, bist seit, ich glaube, hier sind einige so alt, wie lange du für Cannabis vorne an der Front stehst. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich persönlich wirklich bei dir und deinem Team, dass ihr das möglich gemacht habt. Die Leute haben auch gesagt, sie hatten einen wundervollen Freitag. Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Unterstützt den Hamverband in jeglicher Art und Weise. Am besten mit einem 10-Euro-Beitrag, dann gibt es nämlich eine Tombola. Was gibt es dieses Jahr zu gewinnen? Vaporizer haben wir im Programm. Zum Beispiel verschiedene Versionen. Dann ein paar Bonks haben wir dabei von Bayerien. Und diese Holzkästchen da von Rollingbox, vielleicht kennen die einige. Die Dinger finde ich auch total schick. Davon haben wir auch welche. Davon gibt es auch ein Video bei uns im Kanal, wo die vorgestellt werden von meiner Kollegin Maria. ich glaube, hier gibt es keinen, der euch noch nicht folgt. Also Leute, wenn hier jemand noch nicht dem DHV auf YouTube folgt, dann könnt ihr hier aus dem Chat jetzt sofort verschwinden. Das ist hier Ehrenmodus. Das ist Pflicht. Ja, wirklich. Aber nochmal kurz zu den Preisen. Nicht nur 10 Euro, sondern auch Fördermitglieder. Neue Fördermitglieder nehmen da automatisch teil, die jetzt bis zum 15.1. teilnehmen oder sich anmelden und spenden ab 10 Euro. Das wollte ich schon mal sagen. Das war, was ich mir gemerkt hatte. Da war irgendwas mit einer 10. Entschuldigung. Aber gut, dass du es nochmal richtig gestellt hast. Ja, ich grüße auch nach hinten in die Technik. Vielen lieben Dank. Es war ein wundervoller Stream, Georg. Ich werde den jetzt erstmal sacken lassen und wünsche dir ein wundervolles Wochenende. Ja, euch auch. Ebenso. Dank fürs Zuhören und so weiter. Sehr gerne. Man sieht sich. Ja, wie immer, Leute. Also einmal die Woche DHV News. Georg und Team. Ciao, Ciao. Ich hoffe, euch hat dieses Gespräch mit Georg und mir gefallen und ich entschuldige mich nochmal für die paar Mal unterbrechen. Wie ich es am Anfang gesagt habe, ich war extremst nervös, aber habe mich trotzdem sehr geehrt gefühlt. Mit euch allen zusammen, es waren über 1000 Zuschauer im Schnitt am Start, dieses Thema zu besprechen. Wenn euch sowas weiterhin interessiert und ihr wirklich hier bis zum Ende geschaut habt, lade ich euch definitiv jeden Donnerstag im Winter um 19.15 Uhr und im Sommer um 20.15 Uhr auf Twitch ein. Interaktiver Cannabis-Content nur für euch. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder Morgen. Schaut euch noch ein paar weitere Videos rein. Ich bin raus. Ich bin genauso fertig wie am Ende dieses Streams. Kuss geht raus auf eure roten Kuschauer. Kuss geht raus.